Wotzen, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Siedekast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Siedekast. Ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich ein wenig schimpfen, denn wir haben uns ein bisschen länger auf uns warten lassen. Das hatte leider verschiedenste, diverse Gründe. Heute ist leider auch der Henrik nicht dabei, der komplett in dieser Folge leider fehlen wird, der bittet zu entschuldigen. Er wird sich aber auf jeden Fall nochmal hier in dieser Folge mit einem kleinen Audiobeitrag, ich glaube, vielleicht habt ihr den sogar gerade schon gehört, melden. Und ansonsten wird er auf jeden Fall Ende April wieder dabei sein. Nein, habt ihr nicht, denn das kommt jetzt an dieser Stelle. Also, hallo auch von mir an euch da draußen zu der 56. Folge vom Siedekast. Das ist auch von mir ein aufrichtiges Entschuldigung dafür, dass wir euch ein bisschen haben auf neuen Content warten lassen. Aber manchmal, wie es eben so ist, muss man die ein oder andere kleine Pause machen. Und es hat verschiedene Gründe gegeben, die uns ein bisschen aufgehalten haben. Aber nichtsdestoweniger trotz nehmen wir jetzt langsam wieder Fahrt auf. Mit dieser Folge übe ich schon mal wieder den Produktions- und Freigabeprozess. Also, wenn ihr das hier hören könnt, dann habe ich es auf jeden Fall geschafft, was aufzunehmen, was in die Folge zu schneiden und dann auch zu releasen. Ja, eigentlich gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Ich will auch gar nicht lange euch von der Folge abhalten. Es ist nur ganz wichtig, oder mir ist es noch ganz wichtig und dem Jan selbstverständlich, euch nochmal recht herzlichen Dank zu sagen für die Geduld. Und unsere neuen Patreon-Spender an dieser Stelle auch nochmal zu begrüßen. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Obwohl wir ja seit einer ganzen Weile ja fast vier Monate jetzt nichts released haben, sind trotzdem neue Patreon-Spender dazugekommen. Das ist irgendwie ganz irre. Also, vielen Dank euch dafür. Wir hoffen, dass wir jetzt in nächster Zeit auch wieder ordentlich Content zur Verfügung stellen. Wie gesagt, wir üben jetzt und dann geht es auch recht fix wieder los. Im Zusammenhang mit Patreon, also auch dir, lieber Olli, von uns hier auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das Spiel ist ja nicht so toll gelaufen, aber du warst im Stadion, das ist auch schon mal viel wert. Gut, dann will ich euch jetzt nicht länger aufhalten und euch in die neue Folge Cinecast stecken. Euch wünsche ich viel Spaß und wir hören uns dann, ja, vermutlich Ende April, Anfang Mai, zur nächsten Folge Cinecast, dann wieder in ganz regulärer Aufnahme und Produktionsumgebung. Bis dahin und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Cinecast-Folge. Haut rein. Aber ich habe natürlich mir hochkarätige Ersatz besorgt. Und zwar haben wir heute mit im Cinecast eine Ikone im Bereich Let's Play. Er spielt alle Spiele durch, streamt das Ganze noch und lässt sich von seinen Fans feiern. Hallo Kai. Wenn ich nicht vorher gewusst hätte, dass du das sagst, wäre ich jetzt peinlich berührt. Einen wunderschönen guten Tag, home sweet home, ich bin mal wieder dabei. Hey. Ja, freut mich. Dann haben wir noch in der anderen Leitung einen nicht minderen Gast. Er läuft eigentlich momentan von einem roten Teppich zum nächsten, räumt alle Preise ab, die man so abräumen kann. Ich glaube, nee, Gosling-Gate war nicht euers, aber ihr hattet zuletzt den Deutschen Fernsehpreis, ne? Das war's. Das ist korrekt. Genau. Das ist der letzte Preis, an den ich mich erinnern kann. Ist aber auch schon wieder zwei Monate her. Da hätte natürlich einiges sein können in der Zeit. Insofern, gut, dass du nochmal nachgefragt hast. Ja. Ich glaube, der Grimme steht da auch schon wieder an, ne? Ja, aber da sind wir ja, der Grimme macht's ja immer sehr fair, dass der schon einen Monat vorher bekannt gibt, wer gewinnt. Insofern weiß man dann natürlich schon, soll ich mich jetzt vorfreuen oder nicht? Und da sind wir ja leider nur nominiert. Ist aber auch, ist jedes Mal wieder toll. Also der Grimme-Preis ist was, der fehlt uns noch. Die Nominierung haben wir, den Online-Grimme haben wir auch, aber was wir noch nicht haben, ist den richtigen Grimme. Aber es ist auch nicht so, als ob wir jetzt es darauf anspielen. Aber es ist natürlich schön, sag ich immer wieder, es ist schön, wenn man einfach so ein bisschen in der Branche ankommt und die Leute einen zumindest wahrnehmen. Das war ja lange Zeit nicht so. Ich denke auch, ne? Es ist immer schwer, den Namen Rocket Beans irgendwie zu erklären oder hey, was macht ihr da eigentlich, ne? Internet, TV, über YouTube mittlerweile vorher, Twitch. Ich denke, Twitch war wahrscheinlich noch schwerer zu erklären als jetzt YouTube. Es hat ja ein bisschen Tradition, dass Beans bei uns schon mal zu Gast waren. Der Daniel war jetzt schon zweimal bei uns. Wir hatten mal einen Gastbeitrag vom Gregor, ich glaube zum einjährigen Jubiläum. Das ist jetzt, wie gesagt, auch vier Jahre her. Ich glaube, das war damals auch unter der Fahne Game One. Und euer ehemalige Kollege, der Wolf, war auch schon mal bei uns zu Gast. Und ja, letztes Jahr durfte ich ja mal mit Daniel und mit unserem Kollegen, dem lieben Charles Rettinghaus, unserer Synchronstimme, unserer Introsprecher, durften wir im Chat-Duell teilnehmen und durften auch dem Daniel vernichtend schlagen. Das hat uns doch sehr viel Spaß gemacht. Das war aber nicht die mit Avatar, oder? Das war nicht diese Folge, in der er wegen Avatar völlig ausgeflippt ist. Ne, das war, glaube ich, sogar, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, das müsste sogar im Nerdquiz, glaube ich, gewesen sein, ne? Mit Avatar. Oh, das recht, stimmt. Chat-Duell war ja was anderes, genau. Genau. Ne, das war, wir haben gegen Alvin, Daniel und Ingo gespielt. War ganz lustig, weil dann zwei Synchronsprecher gegeneinander angetreten haben. Robert Downey Jr. gegen Ingo. Sehr gut. Das war schon sehr lustig und hat auch sehr viel Spaß gemacht und haben auch noch gewonnen. Aber da gab es auch eine kleine Affäre. Ich hatte bei der Finalrunde, habe ich bei einer Serie aus den 90er Jahren, oder Sitcom, glaube ich, habe ich El Bandi gesagt, so aus dem Affekt. Und nicht eine schrecklich nette Familie. Was dann Daniel mir nachher noch aufs Butterbrot geschmiert hat. Es wurde aber gezählt. Aber das wäre nicht die Entscheidung gewesen. Also zum Glück wäre das nicht, war das nicht der Kasus-Knaxus, warum wir gewonnen haben. Zum Glück. Sonst hätte ich mir noch mehr Hate anhören müssen. Das ist immer so. Ja. Bei all unseren Quizshows muss es am Ende Streit geben. Ansonsten haben wir irgendwas falsch gemacht. Ich glaube, ein euer Lieblingsformat, ich weiß nicht, ob es überhaupt eins eurer Lieblingsformate ist oder nur das von vielen Zuschauern ist euer Beef, ne? Wo ihr euch dann wirklich ... Das ist ganz sicher nicht eines unserer Lieblingsformate. Das kann ich dir garantieren. Aber in dem Fall erstmal herzlichen Glückwunsch. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du gewonnen. Ah, bei euch wird man ja geschmeichelt. Da wird aber ordentlich Butter in den Mund geschmiert. Finde ich gut. Ja, auch der Beef-Sieg war natürlich verdient. Und so habe ich im Grunde dieses Jahr für mich jetzt schon eine Menge Sachen abhaken können, die ich einmal im Leben und dann auch nie wieder gemacht haben wollte. Und im Beef-Siegen war lange mein Plan. Ja, hat ja geklappt. Ich glaube, nach ... Davor hat es beim ersten Mal einer der ersten Male war es eher Nils, dann Etienne letztes Mal und diesmal du. Ihr wechselt euch wenigstens schön ab. Ja, ich hatte den dritten Platz, den zweiten und dann jetzt den ersten. Das heißt, als nächstes kann ich mich relaxen und muss den vierten holen, während Budi den ganzen Druck hat. Denn der muss ich jetzt endlich mal liefern. Ah, das stimmt, das stimmt. Ja, apropos. Wie sieht es eigentlich aus bei euch? Was habt ihr denn so zuletzt gesehen? Im Kino, auf Konserve, DVD, Streaming-Dienst, was auch immer. Aber ich gebe das mal in die Runde. Kai, wie sieht es bei dir aus? Jetzt darf ich doch anfangen, wunderbar. Ja, natürlich. Ich überlege, womit ich anfange. Und ich glaube, ich habe mir mal was nachgeholt, was ich Ewigkeiten gucken wollte, was du auch vor Ewigkeiten mal empfohlen hattest, nämlich Moon. Ah. Von Duncan. Sam Rockwell. Genau, Sam Rockwell in der Hauptrolle und im Prinzip in der einzigen Rolle. Fantastisch gespielt, meiner Ansicht nach. Auf jeden Fall sehr, sehr schöner Film. Sehr schönes Kammerspiel im Endeffekt mit sich selbst. Ich weiß, es ist schon eine ganze Weile her, wie gesagt, dass du, Jan, den, glaube ich, damals mal vorgestellt hattest. Ja, das stimmt, das ist schon echt lange her. Ist auch von 2009 der Film. Ja, von Duncan Jones, der danach Warcraft verzapft hat. Warcraft. Und dazwischen war noch ein Film, der mir gerade aber pauschal nicht einfällt, der auch nicht so schlecht war. Ich komme gerade aber nicht drauf. Ja, wie gesagt, das ist 2009. Worum geht es? Mal ganz kurz zusammengefasst. Sam Rockwell lebt in einer Mondstation, auf der Helium-3 abgebaut wird, was inzwischen, da saubere Energie ist, den Energiebedarf der kompletten Erde so ziemlich abdeckt. Und er ist da für drei Jahre am Stück komplett isoliert, hat nur so die Möglichkeit, über Videobotschaften mit der Erde zu kommunizieren mit seiner Frau und seiner Tochter. und wird im Prinzip nur begleitet von Gertie. Das ist so eine KI im Endeffekt. Im Original, glaube ich, war es super vor. Kevin Spacey, genau. Im Original Kevin Spacey die Stimme verliehen. Und der liebe Sam Bell, wie die Rolle heißt, sitzt da oben fest für drei Jahre, hat dann leider einen Unfall bei einem Reparaturversuch und wacht dann auf der Krankenstation auf, ist wieder relativ munter, geht wieder nach draußen und findet seinen Unfallkörper, sag ich mal. Es ist gar nicht so leicht zu erklären, merke ich gerade. Und bringt ihn mit auf die Station. Und es stellt sich heraus, dass auf dieser Station haufenweise Klone gelagert sind von ihm. Und er im Rhythmus von drei Jahren, immer wenn sein Dienst quasi zu Ende ist, statt auf die Erde geschickt wird, umgebracht wird und ein Klon seinen Job übernimmt. Und das über Jahre hinweg immer wieder in diesem gleichen Rhythmus. Und die beiden Klone versuchen jetzt, ja, ein wenig sich zu arrangieren und irgendwie zur Erde zu kommen und ein wenig da rauszukommen. Denn aufgrund der Beschädigung kommt ein Rettungsteam auf den Mond und würde herauskommen, dass zwei Klone wach sind, würden wahrscheinlich beide getötet. Und daraus ergibt sich dann eine sehr interessante Story, die, wie schon gesagt, wurde sehr gut gespielt ist von Sam Walkwell. Wirklich großartig. Ein Charakter mit zwei verschiedenen Charaktereigenschaften im Endeffekt. Sehr, sehr empfehlenswert. Und ich schäme mich ein wenig, dass ich den so lange nicht gesehen habe, weil der dann doch wirklich sehr beeindruckend war. Für so ein kleines Projekt. Genau, Source Code kam danach noch. Ja, und wenn man ihn nicht so wie du jetzt spoilert, war es auch sehr überraschend, dass es Klone waren. Das ist überhaupt nicht gespoilert, weil das kommt innerhalb der ersten 30 Minuten raus. Es geht ja gar nicht um die Klone. Ja, ja, aber immerhin, das war schon. Also ich zum Beispiel habe das damals gesehen und wusste das noch nicht mal und war dann halt allein schon an der Stelle überrascht, dass er geklont war. Also acht Jahre seit dem Film. Ja, ist in Ordnung. Ich wollte es nicht erwähnen. Komm mir nicht so. Ich bin allergisch gegen diese ganze Spoiler-Hysterie. Es ist schrecklich. Ja, ist auch in Ordnung. Also ich denke auch beim acht Jahre alten Film kann man auch solche Punkte mal erwähnen. Und du hast ja auch nicht das Ende verraten. Eben. Ne, sehe ich genauso. Deswegen habe ich ihn auch damals empfohlen. War für mich echt eine Überraschung. Toller Film. Tolles Kammerspiel. Starker Sam Rockwell und dem Original. Eine coole Stimme natürlich von Kevin Spacey, was du schon gesagt hast. Absolut Empfehlung. Und schön, dass du die Empfehlung jetzt dann doch irgendwann nochmal gefolgt bist und dir den angeguckt hast. Das freut mich. Ja, nachdem du mich seit acht Jahren auch versuchst, dazu zu überreden, Senna zu gucken und das niemals geschehen wird. Senna ist gut. Ja, es ist möglich, aber es ist, naja. Er ist Rennsport, das stimmt. Ja, man muss es. Aber wie gesagt, ich fand, ich glaube, den Film Senna, den kann man sich auch angucken, wenn man nicht so affin auf Rennsport ist, weil es einfach ein spannender Film ist. Ja, da war ja der Film mit, hier Thor und, wie hieß er denn? Über Niki Lauda, wie hieß er denn? Niki Lauda war Daniel Brühl. Ja, ja, aber wie hieß der Film? Ich komme auf Turbo, aber das war nicht. Rush. Rush? Rush, genau. Der war ja auch wirklich sehenswert, obwohl, also auch wenn man kein Interesse am Motorsport hat, war der wirklich sehr sehenswert. Siehst du? Genau. Du könntest recht haben, aber, naja. Ja, schlimmer war der mit Sylvester Stallone, Driven und Tate Schweiger. Wo sie mit dem Formel-1-Wagen durch die Stadt fahren. Ja, wo die Gulli-Deckel hochfliegen, ganz, ganz schlimm. Und ohne Helm, ohne Helm fahren sie auch noch. Wie das halt so ist. Ah, ganz schlimmer Film. Ja, da hatte man im Vorfeld damals ja auch gekauft, oh, endlich mal so ein Formel-1-Film in der Art, aber dann war das so ein Rock-Geprier. Schade drum. Ja, danke Kai. Simon, wie sieht's bei dir aus? Was hast du denn zuletzt gesehen? Als, also ganz chronologisch habe ich, ich zähl's mal auf und ihr könnt dann ja sagen, über was ihr reden wollt, habe ich den Trailer zu It gesehen. Auf jeden Fall. Davor die neueste Rick-and-Morty-Folge, die am 1. April ja veröffentlicht wurde. Davor die neueste Rick-and-Morty-Folge, Ja, das war doch, war das ein April-Scherz oder gibt's jetzt wirklich einen und ich hab's verpasst? Der April-Scherz war, dass es wirklich eine gab und die dann aber nur einmal lief und natürlich nie wieder, sozusagen. Und deswegen gibt es die natürlich nur illegal und ja, scheiß drauf, sag ich ruhig. Hab ich mir natürlich illegal reingezogen, hab ich mir schön den ganzen illegalen Fernsehscheiß hab ich mir angeguckt und hab keine Gebühren gezahlt. Ha, 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 ha. Entschuldigung. Ja, ist aber generell ja schwer an Rick-and-Morty legal ranzukommen. Also, bis es dann irgendwann, ich glaub, bei Netflix lief es zuletzt, oder? Im Moment ist es bei Netflix, ja. Also, das find ich auch sehr smart von denen, sich so was zu ... Weil es ist eine sehr bingebare Serie, um mal ein schlimmes Wort zu nutzen. Aber sie ist wirklich ... Die kann man so easy durchgucken. Naja, das hab ich gesehen. Und dann hab ich gesehen, ihr könnt, wie gesagt, gleich entscheiden, ähm, die neue Staffel der Trailer-Park-Boys, die ich sehr gerne verfolge, die mir sehr gefällt, äh, wo eine lange Pause war und, äh, Spin-Offs, in denen sie in Europa waren oder die Filme. Und jetzt gibt's wieder gute alte, ähm, Trailer-Park-Action. So wie man's kennt. Auch wirklich genau so, wie man's kennt. Hat sich einfach nichts geändert. Was war das nochmal, Trailer-Park? Ja, das ist eine von diesen, ähm ... Ich weiß nicht, wie das Äquivalent heißt zu Singer-Songwriter. Aber in dem Fall ist es so wie, äh, Always Sunny in Philadelphia. Also, die Autoren oder auch wie Broad City. Die Autoren sind gleichzeitig die Darsteller, sind gleichzeitig die Produzenten und entscheiden ziemlich, ziemlich genau über die Inhalte und lassen sich da nicht viel reinreden. Und was es ist als Serie, ist eine trashige, low-budget, Assi-Serie über Trailer-Park-Bewohner und deren gesellschaftliche, gesellschaftlichen Netze. Einfach die Netzwerke, die sich da in so einem Trailer-Park bilden, aus dem Typ, der Drogen anbaut und die an alle verkauft. Und, äh, all den Kriminellen, die da irgendwie so halbseidene Sachen machen. Und natürlich den Park-Wächter, der versucht, den, äh, den Gauss zu machen und, und, und. Ähm, also es ist eine sehr schöne, sehr assige und wirklich auf einem, auf einem, nicht allzu hohen Niveau angesiedelte Serie, in der es eigentlich, in der wird nur geflucht, es geht nur um Drogen, Ficken, Rumballern oder einfach so Assi-Kram. Aber trotz allem sind die drei Charaktere, äh, die wie gesagt eben auch dieses ganze, die ganze, ganze Geschichte dahinter stemmen, sind, sind irgendwie doch sehr sympathisch und funktionieren als, äh, in dieser Dreiergruppe unglaublich gut. Und vor allen Dingen da der, ich sag mal so, der Antagonist, der Park-Wächter, eben auch noch, äh, einen wunderschönen Kumpel hat, mit dem, mit dem er sich wunderbar ergänzt. Und, ähm, die jagen sich mehr oder weniger, so ein bisschen wie Tom und Jerry, könnte man's vielleicht bezeichnen. Äh, die einen haben einen super Plan, wie sie dope verticken können, und der andere versucht's die ganze Zeit zu verhindern. Und da sie aber beide währenddessen die ganze Zeit nur dumme Entscheidungen treffen und alle stinkbesoffen sind, mehr oder weniger, äh, ist das so, ist das eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und zwar jedes Mal. Und es ist auch, jede Staffel ist mehr oder weniger dasselbe. Also da passiert selten mal was, was so ein bisschen anders ist. Äh, oft ist nur der Anfang anders und nach drei Folgen sind sie alle wieder im selben, äh, Modus, äh, und, und verticken irgendwo Gras. Und, und, äh, die anderen besaufen sich währenddessen und versuchen, sie aufzuhalten. Weil natürlich ist ja auch jeder in diesem Trailerpark mehr oder weniger Alkoholiker, aber eben auf so eine sympathische Art, möchte ich jetzt fast sagen. Also, es wird so dargestellt, als wäre das kein großes Ding. Aber in Wirklichkeit, also der eine hat zum Beispiel die ganze Zeit, egal in welcher Situation, Schießerei, Auto, Verfolgungsjagd, einfach nur irgendwo rumstehen, egal, er hat immer so ein Hütchen, so ein, so ein, äh, Whisky-Cola dabei in der Hand. Also immer. Julian heißt er. Und, also, der hat das immer in der Hand, egal, was sie, was sie machen, ja, ob sie eine Bank ausrauben oder so. Und, also, der braucht immer, der braucht immer Stoff. Der andere hat permanent eine Tüte in der Hand. Und Bubbles ist der Einzige, der so ein bisschen normal ist, aber der doch sehr strange aussieht. Er hat so mega dicke Fensterglas-Sonnenbrillen, äh, nicht Sonnenbrillen, Brillen. Und er redet total strange und ist eigentlich eher so der Geek-Nerd, wie auch immer man es nennen will. Eigentlich ist er ziemlich creepy. Aber er ist gleichzeitig auch der Einzige Smarte in der Konstellation. Also, es ist, ja. Und dann, und dann, jetzt höre ich aber auch gleich auf, aber ich will kurz noch mal die Charaktere featuren, weil die echt gut sind. Gerne, weil, vor allem, ich kenne es überhaupt nicht. Dass das an mir vorbeigerauscht ist, wundert mich gerade, aber ... Es ist total low budget, wahrscheinlich deshalb. Also, wenn du Netflix hast, kannst du es dir ... Also, das ist auch sehr bingebar. Also, gestern habe ich angefangen mit der ersten Folge der elften Staffel und dann war sie irgendwann zu Ende, die Staffel. Und ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, wie schnell das ging. Ähm, ja. Dann gibt es halt eben noch die, die Antagonisten, sage ich mal. Das ist der ehemalige Polizist, äh, Leahy. Officer Leahy, glaube ich. Der gleichzeitig der krasseste Alkoholiker von allen ist. Also, jede, wirklich jede Staffel stoppt er seinen Alkoholismus noch mehr. Und es wird immer absurder. Der ist gleichzeitig in einer homosexuellen Beziehung mit seinem, so einem Azubi. Der, ähm, der hat einen riesigen fetten Bauch. Und ist immer eingeölt. Und ist immer obenrum nackt. Und das ist so absurd alles. Und das ist halt sein Ding, ja. Es ist so eine männliche Prostituierte, die sich irgendwo für Cheeseburger, äh, quasi prostituiert, weil sie halt Bock auf Cheeseburger hat. Es sind ganz simple Figuren auch. Aber die, die entwickeln halt sich im Nachhinein, äh, natürlich schon immer weiter. Bleiben aber in diesem Trott, der sie auch in diesem Trailerpark festhält, dieselben Fehler, die sie immer wieder, immer wieder machen, äh, bleiben sie halt hängen. Also, ich kann gar nicht mehr erzählen, wie oft Leahy dem Alkohol entkommen ist und dann doch wieder durch so einen Seitenarm mit irgendeiner wunderbaren Erklärung, die total Sinn ergibt im Kontext, wieder reinrutscht. Und dann ist alles wieder so wie immer. Und er, äh, flippt halt völlig aus. Und es eskaliert. Also, es klingt total blöd und Banane, aber, äh, das hat was sehr Sympathisches, die Serie. Ich weiß die sehr zu schätzen. Äh, interessant noch vielleicht, dass die, äh, dass die Macher aus diesem ganzen, äh, aus dieser einen, äh, Idee aus diesem Freak-Accident, dass diese Serie gut ankam, wirklich ein riesiges Imperium, mehr oder weniger, gegründet haben. Also, die haben SwearNet gegründet. Das ist so ein bisschen was wie Rocket Beans TV. Nur, dass da die Charaktere aus Trailer Park, äh, eigene Sendungen haben. Also, eine Kochshow oder eine Reiseshow oder, oder, oder. Äh, also, es ist ein bisschen um die Ecke gedacht und ziemlich bizarr. Aber die haben schon richtig viel aus dieser einen Serie rausgeholt. Also, richtig gut. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Der ganze Kosmos ist auch interessant. Den muss man sich aber nicht geben. Aber wenn man, sag ich mal, die Charaktere mag, hat man sehr viel Spaß, denen jetzt auch beim, äh, weiß ich nicht, Zusammenbauen eines alten Autos zuzusehen. Auch wenn das erst mal dumm klingt. Aber da du weißt, die Charaktere können nix. Äh, also, es ist, Entschuldigung, aber mir fallen so viele Sachen ein. Am Anfang hat Randy, der Oberassi, hat halt noch ein Auto und einen Wohnwagen. Dann wird er direkt in der ersten Staffel aus dem Wohnwagen rausgeschmissen. Dann wohnt er in dem Auto. Das brennt dann ab, wird in zahlreiche Schießereien verwickelt. Und er hat das halt immer noch. Er hat das elf Staffeln später, schläft er immer noch neben seinem Wohnwagen in diesem total kaputten, ausgebrannten, verransten Auto. Und das ist einfach, und er trägt auch immer dasselbe Hemd und so. Und es sieht auch echt so aus, als ob er das seit elf Staffeln trägt. Also, es ist total absurd eigentlich. Ähm, das ist wirklich gut. Das sind die kleinen Details. Ist, ist gebookmarkt, packe ich mir auf jeden Fall rein. Klingt interessant als erwartet. Ich sehe gerade, das ist eine kanadische Serie. Oh, sind das Kanadi? Ja, ganz ehrlich, ich wüsste es gar nicht so genau. Ja, das ergibt jetzt viel mehr Sinn. Das erklärt jetzt alles, ne? Ja, nicht alles, aber irgendwie ergibt es mehr Sinn. Es ist ein bisschen nicht ganz so amerikanisch. Vielleicht, warum ist es auch ein bisschen unbekannter? Vielleicht ist es eine kanadische Serie. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Die wurde mir halt schon vor Ewigkeiten, hab ich die gefunden. Schon bei der ersten Folge war ich verliebt. Und seitdem hab ich immer wieder die Staffeln am Stück so durchgeguckt, wenn sie kamen. Kann ich sie empfehlen. Was war noch? Die neueste Rick & Morty-Folge. Habt ihr die denn gesehen? Leider nicht. Wie gesagt, nee. Ich hab's nur gelesen, dass am 1. April das jemand geschrieben hat. Also sie ist wirklich, wirklich gut. Und ich hab jetzt gerade danach so einen Bock bekommen, dass ich die ganze zweite Staffel gestern nochmal durchgeguckt habe. Zum einen, weil's unglaublich schnell geht. Und zum anderen, weil das so ein Bedürfnis weckt, wieder in diese absurde, surreale Welt abzutauchen. Also wirklich eine richtig gute erste Folge. Es war ein richtiger Burner. Und PR-strategisch, glaub ich, genau das Richtige. So eine Folge dann auch an so einem Tag wie 1. April. Und jeder darf nur kurz mal reingucken, so was zu veröffentlichen. Das war ein PR-Coup allererster Sahne, meiner Ansicht nach. Also haben sie richtig gut gemacht. Aber du sagtest grad mal kurz. Aber es ist schon die komplette erste Folge gewesen? Das ist die erste Folge. Aber die gehen wie lang? 20 Minuten, 25 Minuten? Die greift halt quasi den Cliffhanger der zweiten Staffel auch auf. Oh ja. Ja, okay. Weil der war ja schon ziemlich krass. Der war geil, ja. Und als dann der Mr. Peanutballer unten am Boden rollt und sagt, we have to wait, one and a half year. Und das war so schlimm für mich auch, als man rafft, wie jetzt was? So lange dauert das. Und dann hatte man sich abgefunden. Und dann überraschen sie einen mit dieser ersten April-Folge. Sodass man so ein bisschen, so kurz angefixt wieder wird. Also es ist ganz toll gemacht. Und es ist eine wirklich gute Folge. Wann es weiter geht, wird das irgendwie auch schon bekannt gegeben? Ich glaube, Ende des Jahres war irgendwann mal eine Ansage. Boah, echt so kacke. Ja, die machen jetzt schon die Staffel komplett fertig und dann releasen sie es nämlich an auf einmal auf Netflix oder so. Gut, aber immerhin hat man dann schon mal eine Folge sehen jetzt können. Und das, ja, dann die Idee mit dem ersten April war natürlich genial. Natürlich. Ja, ich hab's auch erst nicht geglaubt. Und man ist dann so ungläubig und geht auf die Seite und dann ging's auch schon nicht mehr. Aber ja, also man kann sie sich auf höchst illegalem Wege. Ihr kommt direkt in den Knast. Ihr steht mit drei Beinen im Knast, wenn ihr das macht. Aber es lohnt sich. Für Rick and Morty kann man das ruhig mal riskieren. Gibt's eine Lieblingsfolge in der zweiten? Jetzt vielleicht gerade, wo du die zweite Staffel gesehen hast? Also nur, wirklich, eigentlich, es ist wirklich so, ich hab geguckt und dann Folge für Folge toppt es eigentlich alles. Also ich find da einfach jede Folge richtig gut. Ich bin vielleicht auch ein bisschen zu sehr Fanboy, weil das genau meinen Nerv trifft. Also es ist wirklich dieses Zurück-in-die-Zukunft-Setting mit der unglaublich geilen Dialog-Synchro in Kombination noch mit Multiversen ist einfach wirklich besser, als wär's für mich geschrieben. Besser geht's nicht. Und Dan Harmon ist einfach ein Gott, find ich, was so die Fantreue auch angeht, was so den Fanservice angeht. Sobald eine Serie von den Leuten angenommen wird, liebt der alles drumherum und kümmert sich drum. Das find ich immer sehr schön. Also da gibt's dann halt ein Rick and Morty-VR-Spiel und eine App und eben solche Geschichten wie am 1. April. Und das ist halt so der Dan Harmon-Style. Ja, hier, The Ricks Must Be Crazy, das war so eins der Highlights mit diesen kleinen, mit den Universen, was immer kleiner, wurde. Ja, du meinst die Autobatterie dann letzten Endes? Ja, ja, genau, genau. Eine super Folge, also einer meiner echt All-Time-Favorites. Ja, auch die mit, ich glaube, er heißt doch Peanut Butthole oder Peanut Butter oder diese eine fiktive Charakter, der plötzlich erst auftaucht. Genau, wo immer, ja, ja, richtig. Das war auch geniale Idee. Ja, also man will das jetzt auch nicht spoilern. Wenn ihr es nicht kennt, guckt es euch an. Aber das sind teilweise so gute Ideen, wo man wirklich über so eine bescheuerte Folge richtig lange nachdenken kann. Auch diese Purge-Folge ist auch so geil einfach, wo sie diesen Purge-Planeten haben und dann du merkst, okay, dieser Purge ist eigentlich gar nicht so schlecht so. Der bringt der Gesellschaft richtig was, ja. Weil sie am Ende landen sich ja wieder bei derselben Idee wie am Anfang. Und es ist wirklich gut. Also man kann, man kann da sehr viel Spaß haben mit. Ja, es ist einfach im Verhältnis zu Futurama deutlich kompromissloser und verrückter halt, wenn man das so vergleichen möchte. Auf jeden Fall. Einen Satz noch, ich bin wirklich großer Futurama-Fan gewesen, aber ich habe immer drauf gehofft, dass es mal eine Staffel gibt, die wirklich was reißt. Als sie dann nur noch auf DVD kam, war das wirklich nicht mehr geil. Und auch danach, als es wiederbelebt wurde, war es auch nie wirklich so gut, wie es hätte sein können. Es blieb immer hinter den Erwartungen zurück. Und ich mag es immer noch. Aber ich mag die Charaktere und die Welt lieber, als die Folgen. Und bei Rick and Morty mochte ich am Anfang die Charaktere überhaupt nicht. Aber du gewinnst die halt so schnell lieb, dass das bedenklich ist eigentlich. Weil die sind wirklich Arschlöcher eigentlich irgendwie allesamt. Und trotzdem liebt man die. Absolut, ja. Nee, kann ich nur zustimmen. Ich weiß gar nicht, wie ich damals darauf aufmerksam geworden bin. Aber ich war auch von vornherein ... Auch das war so eine Serie, du guckst die erste Folge und kannst dann nicht aufhören weiterzugucken. Das ist so. Kai, hast du es gesehen? Ich hab ... Ja, es war irgendwann auf Netflix, wie gesagt. Und ich hab gestartet. Und dann war die erste Staffel auf einmal durch. Und dann hab ich die zweite Staffel angefangen. Und dann war die auf einmal auch vorbei. Und dann war es so eine Leere. Und das ging alles sehr schnell auf einmal. Und ich war mir am Anfang nicht sicher, warum ich die Serie mochte. Aber so nach der ersten Hälfte, nach der ersten halben Staffel war ich dann so ... Ja, okay. Also, ich hab mich am Anfang echt schwer getan, weil es nicht der einfachste Humor ist unbedingt. Aber sobald man sich darauf einlässt, ist es halt wirklich ... Es ist in sich so stimmig. Es ist unglaublich. Die zweite Staffel noch mehr als die erste sogar. Ja. Und ich hoffe, für die dritte erwarte ich viel. Ja, mal gucken. Der Auftakt ist schon mal gut. Jaja, aber ich finde, die erste Folge zeigt schon ziemlich krass, dass sie auf alles scheißen. Und das finde ich immer sehr bemerkenswert, wenn man gar nicht versucht, jetzt über mehrere Staffeln irgendeine Story-Ark oder so aufzubauen. Sondern wenn man einfach sagt, so, das ist jetzt Staffel 3, jetzt sind wir noch ein bisschen härter. Viel Spaß damit. Ja. Aber gut, schaut's euch an. Cool, dann weiß ich wenigstens, dass es wirklich eine erste Folge der dritten Staffel schon gibt. Das ist gut zu wissen. Mir haben das Leute nicht geglaubt. Meine eigene Freundin hat mich angerufen und meinte, ja, ich hab da drauf geklickt, so auf den Link und so. Aber da kam irgendwie nur die erste Folge der zweiten Staffel, bist du sicher? Und ich denke die ganze Zeit, ey, als ob ich so doof bin, dass ich irgendwie die falsche Folge gucke und mich voll freue, weil die Story passt. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja gut, das war aber am 1. April, ne? Ja, das ist echt so. Wenn man überlegt, was sie für Trailer rausgehauen haben im Vorfeld, haben sie irgendwie Mitte März oder Anfang März einen Trailer rausgehauen für die dritte Staffel, der im Endeffekt nur Never Gonna Give You Up war, aus zusammengeschnittenen Szenen aus der Serie. Ich mag das. Warum nicht trollen? Ein bisschen trollen. Wenn du weißt, alle warten drauf. Richtig, richtig. Die spielen da mit in dem Moment. Das ist genial. Ja, cool. Ne, das hast du gesehen. Und warst du auch im Kino? Oder was hast du im Flieger gesehen? Ja, also ich habe ganz viele, wenn wir jetzt, ich glaube, da kommen wir gar nicht mehr zur Rande, wenn ich jetzt alles aufzähle, weil ich gesehen habe. Aber im Flieger habe ich tatsächlich dieses Mal weniger gesehen, weil ich alle Filme, die da interessant waren, schon kannte. Das ist auch selten, ne? Weil ich auf jeden Fall viel reden kann. Mich würde noch interessieren, was ihr zum It-Trailer sagt. Ja, gerne. Ist ja der am meisten runtergeladene oder angeguckte Trailer. Ja, innerhalb 24 Stunden irgendwie, 193 Millionen Mal. Das verstehe ich nämlich auch nicht. Warum? Also war da ein Hype oder so? Gerade bei, nee, habe ich auch nicht. Gerade bei den Jüngeren ist jetzt gerade S vielleicht nicht das Allerbekannteste, oder? Aber überhaupt nicht. Weiß ich nicht. Es gab schon so einen kleinen Hype drumherum. Ja, aber sogar erfolgreicher als Star Wars. Überleg mal, in der Relation S zu Star Wars. Also bin ich jetzt gerade schon überrascht. Das war mir gar nicht bekannt, dass der so ... Ich meine, auf Platz zwei der meistgeschickten Trailer vor 24 Stunden war Fast and Furious 8. Der hatte auch über 120, über 100.000 ... Nee, das heißt doch jetzt The Fate of the Furious. Ja, ja, bla, 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 bla. Der letzte achte Teil, der vor dem letzten neunten Teil dann kommt. Ist eigentlich einem aufgefallen, dass The Fate, dass da die 8 drin ist? Ja, 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 F8. Ich kam mir so smart vor, als ich das gerafft habe. Okay. Ja, nee, zu S, den Trailer. Also, ich habe den zusammen mit meiner Frau geguckt, die vor allem immer sehr empfindlich ist bei so Horrorfilmen a la Conjuring, weißt du, wo so Schocker, also so typische Jumpscares drin sind. Und ich glaube, der war schon ein bisschen unheimlich bei diesem Clown. Jetzt bin ich aber auch kein Riesenfan von dem Original. Ich glaube, mit Tim Carrey war das, ne? Wie kein Fan. Ja, hat mich nie so angesprochen. Vorsicht, da kommen wir gleich zu deinem Podcast. Ich bin generell großer Freund von Stephen King, aber S hat mich damals nie so berührt. Die Aussage macht in sich schon keinen Sinn. Nee, warum? Weil ich S nicht so toll finde, oder? Es ist eins der signifikantesten Bücher von King, die auch in seinem Kosmos mit am meisten spielen kommen. Gut, wenn ich von King rede, ich lese kaum Bücher, muss ich dazu gestehen. Also, sprich, ich habe, wenn nur King, Verfilmungen wie Shining etc. gesehen. Okay, ich klinge mich jetzt mal aus. Es gibt auch zwei, drei gute. Es tut mir leid, ich kann einfach nicht lesen. Also, ich kann lesen, aber ich habe einfach keine Zeit zum Lesen. Was soll ich sagen? Wir machen diesen Podcast und ich muss plötzlich innerhalb von ein, zwei Wochen muss ich Bücher lesen mit 1300 Seiten, die ich vor 20 Jahren mal gelesen habe und natürlich die Hälfte vergessen habe. Und es geht trotzdem. Man kann, King schreibt schon sehr, man kann es locker durchlesen. Kann man alles so aus der Hüfte lesen. Ja, ich habe aber noch zwei Kinder und einen Job. Ja, okay, okay, das ist natürlich was anderes. Nee, ist wirklich so. Also, die Zeit fehlt mir einfach an allen Ecken und Enden. Ich versuche ja schon, die Sachen, die ich gerne mache, irgendwie unterzukriegen, wie auch zum Beispiel Podcasten, aber auch noch Bücher lesen. Vielleicht später mal, wenn die Kinder ein bisschen älter werden. Ich versuche es dann eher mal mit Hörbüchern. Also, wenn ihr jetzt sagt, es gibt die King-Bücher auch als gute Hörbücher, so bei der Autofahrt. Ich habe gesprochen von David Nathan sehr viel. Oh, das ist cool. Ja, David Nathan ist ohnehin ein geiler Sprecher, aber auch der Dominik zum Beispiel hört alle Bücher als Hörbuch auf zweieinhalbfacher Geschwindigkeit, was jedes Mal wieder bei mir zu Lachanfällen führt, wenn ich mir das vorstelle. Aber er meint, das funktioniert ganz gut. Ja, zweieinhalb ist ja doch schon wirklich sehr schnell, ne? Nicht anderthalb, sondern zweieinhalb, das ist ja doppelt so schnell und noch ein bisschen mehr. Ja, du presst es dir wirklich ins Gehirn. Also, da musst du schon aufpassen. Und es ist natürlich die ganze Dramatik und die Stimme, das geht ja alles verloren, so ein bisschen, das Schauspiel beim Hörspiel. Aber letztendlich, was soll man machen? Er hat ja auch, also, gerade Dominik hat keine zwei Kinder, aber dafür 200 Podcasts. Und das ist halt, das fordert Opfer. Pass auf, wir machen mal Folgendes, weil ich weiß bei uns von unseren Hörern, auch der Oliver zum Beispiel, ein treuer Hörer von uns, der ist auch großer King-Fan. Und ich meine, der hat uns auch schon mal, schon mal drum gebeten, mal einen Stephen-King-Podcast zu machen. Vielleicht sollten wir das wirklich irgendwann mal im Laufe des Jahres in Angriff nehmen. Dann werde ich auch noch mal fleißig mehr Filme lesen und wenn ihr, äh, Filme lesen. Ja, das war schon richtig. Ich finde, das hast du schon richtig gesagt. Aber wenn ihr mir jetzt sagen würdet, die und die Bücher solltest du auf jeden Fall vorab gelesen haben, welche wären das? Oh Gott, oh, ich bin ein bisschen gekommen gerade. Die Top 3. Na Moment, äh, ich lass erst mal deinen geschätzten Kollegen das beantworten. Ich lass mich einmal in mein Bücherregal gucken. Das ist gar nicht so leicht. Also ich... Da weiß ich schon mal, wo ich drankomme an die Bücher, wenn du sie eh hast. Das ist wahr. Also ich bin... Reden wir von Büchern oder von Verfilmungen, die dazu existieren? Gute Frage. Vielleicht, dass ich die, so die Essenz von King verstehe beim Lesen. Und dann natürlich, die Filme ist ja kein Problem, weil das ist halt der Vorteil an Filmen. Die sind so nach, im Schnitt zwei Stunden vorbei. Ja, aber die fühlen sich ewig lang an in den meisten Fällen bei King. Die Filme sind meistens nicht so... Ja, da kenne ich aber schon viele. Da muss ich nicht mehr so viel nachholen. Bücher würde ich auf jeden Fall... Brennen muss Salem. Das habe ich gerade gelesen. Haben wir gerade unseren Podcast dazu aufgezeichnet. Aber erzähl erst mal weiter. Gute Wahl. Ja, ich finde Brennen muss Salem, fand ich super, als ich es damals gelesen habe. Ist immer noch gut. Habe ich noch nie von gehört. Ist Kings Vampirzyklus. Mit einem Charakter, der dann 20 Jahre später nochmal in der Dunkle Turm auftaucht. Und einer der coolsten Charaktere ist, die King je geschaffen hat. Absolut. Okay. Ein Traum. Oh, Kellerherrn, ich liebe ihn. Shining ist auch so viel besser als jede Verfilmung. Lese ich jetzt gerade. Und es ist wirklich gut. Ich merke schon. Ich bin genau drin. Ich habe Carrie gelesen, dann Brennen muss Salem und jetzt bin ich bei Shining, weil wir es chronologisch durchgehen. Okay. Und ich bin überrascht, wie gut Shining ist. Ich habe nur den Film gekannt. Die Kubrick-Version. Und der war schon fantastisch. Kubrick ist ja auch einfach ein begnadeter Regisseur. Okay. Jemand anders hätte den Film komplett verkackt. Aber wenn man mal ehrlich ist, hat Kubrick ja auch eigentlich kein Stephen King Buch verfilmt. Der hat seinen eigenen Film gemacht. Absolut. Deswegen mag ich den Film auch nicht wirklich. Ah, gerade deswegen mag ich ihn. Weil es irgendwie, Kubrick hat einfach Bock gehabt, diesen Film zu machen und dachte, ich brauche ein Buch, wo ein Haus drin vorkommt. Also so kommt es einem mehr oder weniger vor. Das beschreibt es ganz gut. Das stimmt eigentlich. Aber deswegen war doch King, glaube ich, auch von der Verfilmung nicht ganz so angetan. Ja, weil King aber auch keine Ahnung hat von Filmen. Weil der ein Spacko ist. Der hat so keine Ahnung von guter Filmqualität. Guck dir mal seine Filme an. Guck mal, Reha M. Haus der Verdammnis. Haus der Verdammnis. Das ist ein Traum. King und Filme. Deswegen macht es mir Angst, wenn er jetzt der Dunkle Turm lobt und sagt, der Film wird geil. Weil der Typ hat eine Anti-Meinung. Also wenn der was gut findet, ist es scheiße. Oha. Leider wahr. Habt ihr noch einen dritten? Also ich hab vielleicht noch drei andere. Gerne. The Stand ist gemein, oder? Bitte? The Stand vorzuschlagen ist gemein, weil das sind zwei Bücher in der Extended Version. Sind das wie viele? 3000 Seiten? 3000 Seiten. Drei? Alter, nee. Alter, es ist sehr viele Seiten. Genau. Also vielleicht, The Stand lohnt sich auf jeden Fall. Auch sehr viele Inspirationen für Lost-Charaktere. Du wirst da einiges wiedererkennen. Ja, ich finde auch, The Stand ist ein sehr gutes Beispiel, weil du meintest, du würdest gerne wissen, wie King schreibt. Und King hat schon sehr viele, dafür halt sehr viele, aber sie sind immer ähnlich, so Prototypen, so Klischee-Charaktere, die es in jedem King-Universum gibt. Sowas wie in der Nebel ist natürlich dann eine religiöse Fanatikerin, die direkt anfängt, sowas wie eine Sekte zu gründen und irgendwie auf die Ungläubigen irgendwie zu haten. Und sowas gibt es immer. Sowas Katholisches. Ja, ja, natürlich, aber im Buch ist es noch viel schlimmer als im ... Mit so einem extrem krassen Ende. Ich weiß gar nicht, ob das ... Ich glaube, das war sogar krasser als im Buch. Ja, ja, das Buchende ist scheiße. Ja, also das im Film war echt, echt übel. Das ist leider so ein Problem. Also lies mal die Kurzgeschichte der Nebel, weil die ist sehr schnell durchgelesen und die ist sehr nah am Buch. Das Ende ist im Film besser und sogar so gut, dass King selbst gesagt hat, oh Mann, ich wünschte, das wäre mir eingefallen. Ja. Stattdessen endet es auf einer weniger hohen Note, aber auch nicht weniger schlecht. Aber es ist eben ... Dieser Geniestreich des Endes von der Nebel, das wurde im Buch halt nicht erreicht. Aber es ist auch nur eine Kurzgeschichte. Es ist schwer, da irgendwie, finde ich ... Also für eine Kurzgeschichte ist es schon seine Beste. Also meine Lieblingskurzgeschichte von ihm. Darf ich kurz zwei Sachen vorschlagen? Gerne. Und zwar die Augen des Drachen. Kennt keiner, ist so ein bisschen der Geheimtipp, wenn man King empfiehlt. Finde ich gut, dass du ihn kennst. Das ist seine einzige, glaube ich, oder erste zumindest Fantasy-Geschichte. Er hat, glaube ich, mit Peter Straub, der Talisman oder so noch mal gemacht. Aber das ist eine Geschichte, die so einen Fantasy-Charakter hat, die total klassisch Fantasy darstellt, trotzdem mit so einem kinkschen Twist und typischen kinkschen Charakteren. Also der Böse ist dann auch richtig böse und der böse Zauberer ist ein richtig böser, böser Zauberer. Und das ist der eine, der ist der Zauberer. Ja, genau. Der eine, den einen, den es gibt scheinbar. Also kann ich sehr empfehlen. Kann ich dir geben? Ja, ich kann dir die auch alle geben. Also insofern. Und dann finde ich immer noch die Bachmann-Reihe sehr gut. Also Bachmann ist ein alter Ego, was ein bisschen brutaler schreibt, ein bisschen assiger, ranziger, ein bisschen direkter, ein bisschen weniger King. Und da finde ich Amok zum Beispiel super. Das ist ein Buch, in dem ein Schüler Amok läuft an seiner Schule, aber es durch den Verlauf des Buches schafft, dass man mehr oder weniger auf seiner Seite ist, obwohl er unglaubliche Gräueltaten begeht. Also es ist ein sehr interessantes Buch aus, aus dieser Perspektive, wenn man einfach sieht, was da mit dem Leser passiert. Sehr, sehr geschickt gemacht, finde ich. Und das sind eben die düsteren, fiesen Bücher. Und die, irgendwann hat er aufgehört, solche Bücher zu schreiben. Und mittlerweile schreibt er, finde ich, nichts mehr von Bedeutung. Und dann natürlich Der dunkle Turm. Also, also bitte. Ist das auch unter Bachmann? Nein, Der dunkle Turm ist natürlich nicht Bachmann, das ist King. Aber es ist, ich glaube, es ist sogar in seiner Bachmann-Phase entstanden, aber er hat damals das erste Kapitel über den Revolvermann weggelegt, weil ihm der Revolvermann so unsympathisch war, was ich nicht verneinen kann, ist wirklich kein sympathischer Charakter, aber er ist der fucking Revolvermann, ist einfach der krasseste Schütze, den man sich in einer apokalyptischen Endzeit vorstellen kann. Mit gefühlten tausend Jahren, die er schon irgendwie auf der Suche ist nach dem dunklen Turm. Und das verbindet alle kingschen Welten. Es ist der riesige Überweltüberbau, der alle Welten verbindet. Du findest da Derry, also da, wo das Ding aus S stattfindet. Und du findest, äh, der, 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 der Scharlach-Rote König, irgendwelche Bösewichte, äh, aus, äh, Sustant ist ja einer der Bösewichte auch, Teil dieses übergeordneten Universums. Wahnsinn. Ist, das ist sein Meisterwerk. Wer King verstehen will, muss das lesen. Bleib ich dabei. Du kannst das nicht, du kannst King nicht verstehen, ohne den dunklen Turm komplett gelesen zu haben. Sogar fucking King selbst kommt darin vor. Also, das alleine. Aber dazu eine Frage. Kompletter Turm oder ohne den achten Teil? Also, der nachgeliefert wurde. Och, Wind ist okay. Kann man, kann man machen. Ich fand den sehr schwer. Echt? Ja, ich, ich mag, ich mochte auch Glas. Viele, die Glas nicht mochten, mochten auch der Wind nicht, weil es diese, äh, nostalgischen Geschichten aus der, aus der Westernzeit ist, als Gilead, die Stadt quasi, die Welt, noch in Ordnung ist. Und, äh, ich persönlich mag das sehr. Okay. Also, Glas fand ich auch noch super, aber ich weiß nicht, irgendwie vielleicht auch, weil zu viel später rauskam, die Story schon abgeschlossen war, fiel es mir schwer, mich wieder reinzufinden. Ah, ging bei mir direkt. Aber ich, ich, äh, ich will das gar nicht werten. Ich bin, wie gesagt, auch ein bisschen Fanboy. Ich verzeihe viel, äh, bei King. Cool. Ich hab's mir notiert. Also, Bachmann-Reihe Amok und der Dunkle Turm hab ich mir noch notiert, plus die Augen des Drachen. Ja, plus natürlich all die anderen. Also, ich find, das Stand ist ein super, ist ein super Tipp und, ähm. Genau, das hab ich von Kai aufgenommen, richtig scheinbar. Okay. Und auch die Wehrwolf-Kiste ist auch nicht schlecht. Äh, Wehrwolf-Vampir-Kiste. Ja, die werd ich vielleicht nach hinten ziehen, weil ich generell nicht so der Vampir-Zombie, ja, aber Vampir. Oh, es ist aber, es ist nicht die übliche Vampir-Geschichte. Es ist schon sehr, sehr ab dieses normalen Vampir-Geschichten. Ja, ja. Es geht noch nicht mehr wirklich um die Vampire. Das stimmt. Das beschreibst du sehr gut, weil es ist eine, ich hab das gerade jetzt, wir haben gerade den Podcast dazu aufgenommen, wir machen ja Club 19, das ist so eine Podcast-Reihe. Erzähl, was ist das denn? Ja, Simon, was ist das denn? Ich will gar nicht viel erzählen, ich will gar nicht hier Werbung machen, aber wir gehen eben chronologisch alle King-Bücher durch, das sind, bis wir fertig sind, sicher locker über 100. Gucken auch die Filme dazu, machen dann einzelne Podcasts, uns gibt's bei Patreon. Wir haben die zweite Staffel bisher schon durchfinanziert, also es wird auf jeden Fall nach den ersten sechs Folgen weitergehen und, und, und. Wer will, kann sich das echt mal angucken. Club 19 ist auch mehr oder weniger eine Zahl, die im kingschen Universum beheimatet ist. Ähm, und was ich, was ich meine zu, ähm, äh, Brennen muss Salem und was ich in diesem Podcast auch erzählt hab, ist, dass es sich beim Lesen anfühlt, als würde man die ganze Zeit so ein Musikscore aus einem Horrorfilm hören im Hintergrund, so, so einfach nur so ein basslastiges Brummen oder irgendwas Psychodelisches, äh, einfach Sachen, die, die keine Melodie haben, aber die total die bedrohliche Atmosphäre schaffen. So ist, meiner Ansicht nach, Brennen muss Salem, weil sehr früh wird klar, oh, fuck, hier ist diese Kleinstadt und die wird langsam von Vampiren übernommen. Und es wird einfach immer, 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 immer schlimmer, ja, weil natürlich irgendwann kippt das Ganze und es gibt mehr Vampire als, als Menschen in dieser Stadt und es wird immer schwieriger, die auszuschalten und das schaffen die, also schaffen die, das schafft King sehr gut, finde ich, dieses Gefühl zu transportieren, dieses schleichende, der schleichende Horror. So, Entschuldigung. Perfekt, sag mir, wenn ich zu viel rede, ich, ich, äh, neige wahrscheinlich dazu, das Mikro an mich zu weisen. Alles gut, du, äh, Club 19, eine Frage, würde das Sinn machen, äh, für jemanden zu hören, wenn er die Bücher nicht kennt, wahrscheinlich nicht, ne? Doch, doch, wir gehen die Bücher komplett durch, also man kann auch gerne mal ein Buch überspringen, es macht wahrscheinlich mehr Spaß, wenn man, ähm, mit uns vorher den ersten Teil zu Carrie oder so gelesen hat und dann sieht, wie wir ihn nochmal, äh, besuchen, weil wir ja oft, äh, 20 Jahre später die Bücher nochmal lesen und ganz andere, äh, Vorstellungen hatten, ähm, die Filme muss man, finde ich, oft nicht gucken, weil die sind leider einfach scheiße, äh, die meisten. Also ich hab jetzt drei oder vier Carrie-Filme gesehen und die waren alle bestenfalls mittelmäßig. Ja, der letzte, ach, der letzte war ja auch nicht so der Hit mit Hit-Girl, ja. Ja, aber der war sogar noch der Beste, das kann ich dir sagen. Also wobei viele sagen, der Original, das Original, ich glaub, von Brian De Palma oder so, wäre irgendwie das, das höchste der Gefühle, aber ich kann das heute mir nicht mehr ohne zu lachen angucken. Dieses hölzerne Acting, diese langen Einstellungen, diese dummen Schnitte, das kann ich heute mit meiner heutigen Aufmerksamkeit spannen, kann ich nicht mehr gut finden. Okay, also ich hab's mal notiert, vor allem, wenn ich das dann mal so ein bisschen nachgeholt habe, vielleicht gegen Ende des Jahres, ähm, dann weiß ich wenigstens, wen ich als Stephen-King-Experten noch alles mit einladen kann. Bis dahin sind wir's. Ist's notiert. Ja, ein Buch muss ich noch nachreichen. Ja. Weil ich das Gefühl hab, dass das untergeht, Desperation. Äh. Ich mochte es sehr, mehr als das Gegenstück. Äh, welche, war Tommy Nockers das Gegenstück oder? Nee, Regulator. Regulator, ja, Regulator hab ich gelesen. Und das ist schon, also Regulator ist echt sperrig. Ja, total, Desperation war halt komplett anders, es war deutlich angenehmer. Und auch da gibt's ne relativ ertragbare Verfilmung mit Juan Perlman. Ah, ich versteh auch nicht, was mit King und Sequels ist oder so ne Art so, so Spin-Offs, weil er macht das echt gerne. Also so viele Welten finden parallel noch mal woanders statt oder es gibt ne Spiegelung einer Idee von ihm in nem anderen Buch. Jetzt hat er Shining vor kurzem, äh, quasi einen zweiten Teil gemacht, was auch total strange ist eigentlich, ähm, er ist grad in ner sehr interessanten Phase, hab ich das Gefühl. Was, 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 wie heißt das Neue? Dr. Sleep. Dr. Sleep, genau. Und dann Revival, äh, ist wieder was anderes, aber das geht auch so ein bisschen in die Richtung von alten Büchern. Naja, ich lese grad so für King. Wenn man schlaflos durchliest, ist schlaflos ja auch nur ne Nebengeschichte zu, äh, zum ersten Dunklen Turm. Ja, stimmt. Und selbst ich, ich hab viel gelesen, ich hab, würde ich, 70, 70 Prozent seiner Bücher gelesen, aber immer wieder entdeckt man neue Details oder Dinge. Wenn du mal einen guten King-Film sehen willst, dann schau zum Beispiel Misery oder halt natürlich Green Mile. Das sind so zwei Filme, der Nebel auch. Das sind so die drei Filme, die ich empfehlen kann. Stand by me, aber der fällt ein bisschen raus. Oh, ja, stimmt. Hab ich auch ganz vergessen, der ist auch gut. Und natürlich Ace. Ich find, der alte TV-Movie hat immer noch Flair. Ja. Schlimm gealtert, aber trotzdem noch sehr charmant. Ja. Und was sagst du dann im Verhältnis zum neuen Trailer als alter Ace-Fan? Ja, darum ging's ja. Stimmt, tut mir leid, ich hab das Thema gekapert. Perfekt. Ich, also, ich muss kurz dazu sagen, dass ich auch da nicht ganz normal bin. Ich hab ne Zeit gehabt, wo ich viel, ich war in einem kleinen Dorf, ich hatte ein paar Freunde, aber es gab wenige in meinem Alter. Und ich hatte ne Phase, wo ich bestimmt ein Jahr lang kaum was anderes gemacht habe, als den Film immer und immer wieder zu gucken. Nebenbei King-Bücher zu lesen und Knoblauchbrote zu essen. Und zusammen mit meinen Freunden, also wir haben, zusammen hab ich den bestimmt 50 Mal gesehen. Äh, total, man hat halt solche Phasen mal. Ich kann mir das heute auch nicht erklären. Aber damals war das das höchste der Gefühle, nochmal Ess zu gucken und dabei Knoblauch zu essen. Ähm, und deswegen kann ich nur sagen, die nostalgischen Gefühle, die ich, die ich mit dem Alten verbinde, die haben sich direkt, und das finde ich interessant, beim neuen Trailer eingestellt. Also man hat direkt das Gefühl, auch durch die, die, die Art der Linsen, die, die, das ganze Visuelle, die Darsteller, äh, das wirkt alles wirklich wie ein 80er Jahre Film. Insofern, alles richtig gemacht. Mit Pennywise komm ich überhaupt nicht klar. Ich find, das ist ne, das ist ne Fehlentscheidung, den so dark and gritty irgendwie zu machen. Er scheint im Kontext zu funktionieren, aber ich fand Tim Curry nahezu unschlagbar. Also mehr so lieber so den lustigen Clown lieber, ne? Naja, sadistisch. Sadistisch, es ist ja diese Mischung geradeaus, er sieht aus wie ein normaler Clown und wirkt eigentlich unscheinbar, aber gleichzeitig mag ja niemand Clowns und er beweist es dann, sobald er den Mund aufmacht, ähm, und man sieht, dass er einen einfach die Zähne rausreißen will, oder eher den Hals aufreißen will, ähm, was er wirklich ist. Ich bin gespannt, im neuen kann ich mir schwer vorstellen, dass der Clown so wie er aussieht, von Anfang an das Vertrauen der Kinder gewinnt. Und das ist so ein bisschen meine, meine Sorge, aber ich denke, dass sie das schon hinkriegen werden. Ich denke, er passt zum neuen und ich denke, es ist auch gut, dass sie ihn nicht kopiert haben, aber ich bin einfach auch Tim Curry Fan. Legende und eh ist, Tim Curry ist einfach Masken-Gott. Ja, aber der beste Film war noch, den hat Kai mir empfohlen mit Tim Curry, wie hieß der nochmal? Clue, alle Mörder sind schon da. Echt, Clue? Der ist super. Die Verfilmung zu Cluedo. Kann ich nur empfehlen. Kann ich dir echt mal anschauen. Ist so ein bisschen wie euer Mörder. Morton Manor? Ah. Okay, sehr gut. Ist halt die Verfilmung zu Cluedo wirklich zum Spiel. Ja, wirklich, ja. Das ist total traumhaft. Aber da ist Tim Curry wahrscheinlich Tim Curry, also er spielt keine Maske oder irgendwas. Oder er ist ein alter Mann, der ... Genau, ein Butler, einfach. Ah. Aber es gibt auch drei Enden für den Film, es ist ein Traum. Okay, das klingt sehr gut. Ja, musst du dir echt mal angucken. Ich war auch sehr überrascht, dass der Film komplett an mir vorbeigegangen war. Amazon Prime hat ihm ein Angebot, also auf Amazon Instant Video. Hm, das werde ich mal machen. Ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen, noch ein, zwei Wochen Amazon. Ja, also zum Trailer, ich finde ihn gut. Ich war vorher unsicher, jetzt finde ich ihn gut. Was meint ihr denn? Ja, wie gesagt, ich habe ja nicht so die Verbindung zu dem alten. Vielleicht kann keiner was dazu sagen. Mir ist halt nur aufgefallen, oder Parallelen halt, so wie du gerade schon sagst, das 80er-Jahre-Setting. So wie bei Stranger Things, mit den Kindern, mit den Fahrrädern. So diese Atmo kam halt wieder rüber. Plus dann halt so ein bedrohlicher Clown. Also ich habe da schon Spaß und Lust drauf. Aber wie gesagt, ich bin halt auch nicht so, wie ihr gemerkt habt jetzt gerade in der letzten halben Stunde, nicht so kingfixiert gewesen bis dato jetzt. Okay. Ich bin echt gespannt. Ich habe sehr Bock drauf. Ich finde den Trailer grandios. Mich hat er gepackt. Auch, ja, also mir gefällt schon, dass man Pennywise nicht wirklich sieht. Das allein finde ich schon sehr schön. Und mir gefällt der dunklere Look sehr. Weil, wie gesagt, auch wenn der Original-TV-Film zuerst echt sehr schön anzusehen ist, er ist halt nicht so schön gealtert. Also abgesehen von Tim Curry gibt es nichts, was man daran wirklich sehen muss. Das stimmt. Ich finde die Kinderwelt, also der Anfang oder die erste Hälfte, finde ich auch sehr schön. Das hat diesen Stand-by-me-Vibe. Als Erwachsene, finde ich, und vor allem das Ende ist natürlich, ja. Das Ende ist eine Beleidigung. Ja. Das geht ja gar nicht. Aber okay, das mal außen vorgestellt. Aber auch da nochmal, habt ihr, ich weiß nicht, ob ihr das Ende des Buches im Kopf habt, aber das ist auch nicht anders. Es ist auf andere Art schlimm. Ja, das war das im Makrokosmos, oder? Wo es dann diese Leere gezogen werden? Um ehrlich zu sein, ich kann mich nur noch erinnern, dass sie diese Mega-Orgie haben, um irgendwie aus der Kanalisation rauszukommen oder um sich zu schützen. Jetzt bin ich wieder bei euch. Was habt ihr gesagt? Nein, sie haben da halt einfach, naja, sie haben einen riesen Gangbang als Kinder und es gibt nur eine Frau in dem Ensemble. Also es ist wirklich, der King hat manchmal halt auch einen Schatten. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Der hat manchmal sehr seltsame Gedankengänge, die selbst mir sich nicht erschließen. Okay. Also es ist ein sehr interessanter Moment im Buch, aber total Banane, also wirklich. Ja, das werden sie wahrscheinlich nicht verfilmen, glaube ich. Nee, natürlich nicht. Wie willst du es auch? Es ist unverfilmbar, es ist wie Herr der Ringe. Es ist unverfilmbar. Ja, genau. Habt ihr 11.22.63 gesehen? Oh, die Serie? Ja. Leider noch nicht. Was sagst du denn? Also ich hab's gesehen. Vielleicht sag ich wieder erst was, als der das Original nicht so kennt. Mir hat das Setting sehr gut gefallen. Gerade wie er am Anfang in die Vergangenheit kommt, hatte das sogar so ein bisschen, was wieder da rumläuft, wie von Zurück in die Zukunft. Ansonsten hat sich die Serie leider ein bisschen in der Mitte so ein bisschen hingezogen. Gegen Ende hat's dann wieder angezogen und an sich hat's ein rundes, angenehmes Ende und mir hat die Serie eigentlich soweit ganz gefallen, weil ich aber auch ein Riesenfan generell von Zeitreisen bin. Also sobald's um Zeitreisen geht, bin ich dabei. Und daher hat mir die Serie eigentlich ganz gut gefallen. Ich muss sagen, ich hab mit drin aufgehört, weil ich's gut fand, aber das Buch schon kannte und irgendwann gemerkt hab, okay, da kommt jetzt irgendwie nichts, was mich hält. Ah, ja, ich kann nicht verstehen. Also ich, ich hatte halt auch so Phasen gerade in der Mitte, wo ich dachte, okay, hm, jetzt könnte's eigentlich mal langsam interessanter werden und dann am Ende kommen sie relativ schnell dann zum Punkt. Also das ist ein bisschen schade. Das Schlimme daran ist ja eigentlich, dass im Buch zumindest das schon spannend alles bleibt, weil er ja immer wieder es neu versucht und also erst auch diese lange Geschichte, was ja in der Serie innerhalb von einer Folge passiert, diese ganze Vorgeschichte mit seinem Freund, der den Diner hat und ihm dann diese Schwachstelle zeigt. Das im Übrigen ist typisch der Dunkle Turm, kleine Orte in Raum und Zeit, wo die Physik anders funktioniert, als wir sie kennen. Das ist typisch King, einfach eine Schwachstelle, so heißt das in der Dunkle Turm, wo Dinge passieren. Und in vielen King-Büchern heißen die nicht so, aber die treten auf und dann später merkt man durch der Dunkle Turm, was das eigentlich genau ist in dieser King-Welt. Aber egal, diese Zeitreisen-Nummer, die kommt erst langsam und dann ist es mehr oder weniger ein Preis-Porno für mich. Also die ganze Zeit, ja und guck mal, wie krass günstig die Cola ist und guck mal, ich zahle nur ein Holzpenny für ein Haus oder so. Es geht die ganze Zeit so im Buch. Ich finde das cool, es bringt einen auch rein. Und was mich aber wirklich hält, ist diese Zeitreise-Thematik, diese ständige, was passiert, wenn du was machst und dann was anderes dadurch ausgelöst wird und die Welt plötzlich anders ist. Butterfly, genau. Butterfly-Effekt. Und aber auch die Beschreibung der Charaktere und das kann King sehr gut. Der kann diese Welt und diese Charaktere so schön zeichnen, dass man wirklich wie am Ende der Charakter da bleiben will. Ja, genau, ja. Deswegen, also mir hat das eigentlich ganz gut gefallen in der Summe. Aber ich weiß, warum da viele kritisch sind und deswegen wahrscheinlich auch auf Castle Rock kritisch gucken, ne? Castle Rock? Ja, die neue Serie von Abrams mit Stephen King. Das ist eine Stephen-King-Serie. Castle Rock ist doch dieser Ort, ne? Also das wisst ihr wahrscheinlich besser, wo viele Geschichten von King spielen, ne? Ja, ja, Stark und sowas. Und es gibt auch schon einen ersten Teaser. Da fliegt man, glaube ich, mit der Kamera so über eine Landkarte von Castle Rock. Und dann tauchen überall Namen von King-Figuren auf. Oh ja. Also es wird spannend, was sie damit machen. Ob sie da wirklich alles Mögliche in einen Topf werfen wollen? Ich kann's mir noch nicht so vorstellen, aber es klingt spannend. Und ich bin ja weiterhin noch ein Abrams-Befürworter seit Lost, von daher. Ich finde im Ernst, der Typ kann vielleicht nicht alles, aber der weiß schon, wie Spannung funktioniert. Also Lost, kann man doch sagen, was man will. Ich fand die letzte Staffel auch scheiße. Aber ey, wir sind am Bildschirm geklebt. Ich hab eine Woche lang über jede Folge geredet. Alle waren, wir saßen zu zehnt, manchmal mit noch mehr Leuten vom Fernseher. Also das hat keine Serie seitdem wieder geschafft, die Leute so zu faszinieren. Muss man auch sagen. Ja, ja. Das ist schon gut gemacht, auch wenn alle ihn haten, ich versteh's nicht. Aber Castle Rock, hab ich nur mal den Trailer gesehen, aber ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. Genau, das ist es halt. Und ist auch eine Hulu-Serie, genau wie jetzt so vor 11, 22, 63. Also da haben wohl King und Abrams sich gefunden und haben sich gesagt, komm, wir machen noch einen. Und diesmal Castle Rock. Also ich bin auch sehr gespannt. Also gerade vielleicht, für euch muss das vielleicht das Ultimative werden, wenn ihr da wirklich an jeder Ecke irgendwelche King-Anspielungen habt. Also es muss ja der Wahnsinn werden in dem Falle. Das ist ja in dem, ich vergesse immer den Namen, 11, wie heißt es nochmal? 11, 22, 63. 11, 22, 63. Da gibt's ja einen kurzen Moment, der ist wahrscheinlich im Film gar nicht drin, weil wir befinden uns ja in Derry, also in der Nähe von dem Ort, an dem es lebt oder gelebt hat. Zu einer Zeit, in der es noch am Leben war. Und es gibt einen Moment, wo der Hauptcharakter ganz nah an dem Monster oder der Entität von S vorbeiläuft, mehr oder weniger. In so einem Rohr sitzt das Ding sozusagen und beobachtet ihn oder er fühlt sich beobachtet. Und solche Momente macht King unglaublich gerne, dass er von einem Universum ins andere so kurz wie so ein Guckloch, wie so ein Türschloss dir ein Sichtfenster aufmacht, dass du in einen anderen Roman von ihm rübergucken kannst. Das finde ich immer, das macht er schon lange und öfter und oft unbemerkt tatsächlich. Aber das mag ich irgendwie. Also das ist dann ein Vorteil des Buches, das meine ich eigentlich. In der Serie kriegt man sowas nicht mit, im Buch ist das auf einer Seite schnell beschrieben und man fühlt sich erinnert an vergangene Abenteuer. Genau, und deswegen bin ich halt echt gespannt auf diese Serie, die vielleicht so ein bisschen wie Black Mirror aufgebaut sein soll. So eine Anthology-Serie quasi, wo halt alles mögliche wie Herder fliegen, Stand By Me. Ist das gerade geraten von dir? Oder ist das eine Idee von dir oder ist das so ein bisschen inoffizieller, inoffizielles PR-Sprech, um was es da gehen soll, meine ich. Das, was du gerade gesagt hast, das finde ich sehr spannend. Offiziell nicht, aber man, nee, das sind Spekulationen sind das jetzt nicht nur von mir, sondern ich habe halt mich auch ein bisschen eingelesen. Es wird halt spekuliert, dass es in diese Richtung gehen könnte, ne, weil, ja, was willst du sonst machen? Das wird ja keine, keine Sitcom, das wird keine, das werden schon irgendwie Storylines sein, die halt auf diese ganzen Sachen aufbauen. Und deswegen könnte es halt Richtung Black Mirror gehen, aber. Es kann auch ein verzweifelter Polizist sein, der von einer kleinen Stadt in die nächste kommt und überall ist irgendwas Schlimmes. Das würde auch passen. Oder ein Penner. Oder ein Englischlehrer. Die Charaktere, die, glaube ich, am häufigsten vollkommen sind, Englischlehrer, weil natürlich King früher Englischlehrer war oder werden wollte. Und Alkoholiker. Das sind die zwei, das war er ja auch lange, für eine sehr lange Zeit hat der Mann alle Drogen genommen, die er kriegen konnte. Äh, bis hin zu, ähm, was war das, äh, Mundwasser, wo er wirklich literweise am Tag Mundwasser getrunken hat. Ähm, also eine sehr interessante, der ist ein sehr interessanter Autor, über den auch viel, wenn man sich reinliest, viel sich erklärt durch, durch die Zeiträume, in denen die Bücher entstanden sind. Also, wie gesagt, ich denke, dieses Jahr wird generell interessant, gerade für King-Fans, ne, wir sprachen über den dunklen Turm, über den Kinofilm, ähm, dann, wie gesagt, die Serie Castle Rock, vermute ich mal auch, dass die irgendwann Ende des Jahres vielleicht schon rauskommt. Also, äh, und natürlich, nicht zu vergessen, das Wichtigste in diesem Jahr, Club 19, der Podcast zu Stephen King. Also, ne? Ja, wenn man alle Anspielungen in der dunklen Turm, wenn es denn endlich kommen sollte, verstehen will, muss man mehr oder weniger schon sich sehr befassen oder uns hören, denn wir versuchen das für euch aufzudröseln. Genau, so ist es. Wir haben schon 70 Backer, also wir sind richtig, richtig going wild. Ja, äh, ist das Thema sicherlich interessant und, ähm, es hat auch immer Vorteile, wenn das zwei bekannte Figuren im Podcast-Bereich machen, ne? Ich meine, es ist natürlich ein bisschen, bisschen ironisch, ne, weil so viel ist es nicht, aber es, äh, ich freue mich trotzdem. Es macht auf jeden Fall trotzdem Spaß. Wie viele Folgen habt ihr released? Na, wir haben jetzt die Nullte erst, also wir haben noch gar nicht angefangen. Ja, siehst du, und ihr habt schon Backer, das ist schon ein Erfolg. Ist das, ist das was Besonderes? Ich wusste das gar nicht. Ich dachte einfach, ja, klar. Also, so 100 oder so kriegt man sicher, bevor man überhaupt was macht. Natürlich, ne, ne. Ich bin neu in der Podcast-Szene. Ja, ich merke das schon. Ihr habt ja auch nie mit dem Plauschangriff sowas gemacht, von daher, ähm, nein, es ist halt so, entweder, du musst entweder natürlich Leute haben, die schon bekannt sind, ne? Ne, in Anführungsstrichen Promis in diesem Bereich, die haben natürlich schon eine Fanbase, die, die dann automatisch mitgehen. Ja, oder so, oder wenn es halt so mehr Unbekanntere sind wie wir, die müssen halt hoffen, dass sie durch Kontakte, Promis, die sie in Folgen kriegen, etc., eine Bekanntheit erreichen und dann auf die spendablen Spenden der jeweiligen Hörer hören. Und, wobei wir das ja, wie gesagt, ähnlich wie ihr natürlich auch nicht hauptberuflich machen, wobei der Dominik macht's, glaube ich, mittlerweile hauptberuflich. Aber das ist in Deutschland halt noch sehr, sehr selten. In Amerika ist das ja gang und gäbe. Für uns ist es halt immer noch ein Hobby, was wir auch kostenfrei so machen würden. Aber wenn wir ein paar Euro reinkriegen, um Serverkosten damit zu decken und eventuell hier oder da mal ein neues Mikro anzuschaffen, dann reicht uns das schon. Ich finde auch. Also, wir können das Thema auch gerne abschließen. Ich muss gar nicht mehr Werbung machen. Ich würde es auch umsonst machen. Ne, wirklich, ich würde es auch umsonst machen. Also, es macht mir wahnsinnig Bock. Und außer Dominik habe ich auch bisher niemanden kennengelernt, der wirklich so einen Bock auch auf King hatte wie ich, sodass man überhaupt auf so eine Idee kommen kann. Weil für jeden anderen wäre das Arbeit. Aber für Dominik ist es einfach irgendwie Freizeit und Spaß. Deswegen haben wir uns da schon gefunden. Du hast ja jetzt Kai kennengelernt. Also, der hat auch eine neue Expertise. Ja, ich bin total überrascht. Im Ernst, Kai, du bist jetzt schon eingeladen für die zweite Staffel als Gast. Weil für die erste haben wir schon Schröckert, der was zu Kingfilmen sagt. Und wir haben laut unseren Bäckern müssen wir einen Gast haben. Und ich meine, ich würde mich auch freuen, natürlich. Also, du bist herzlich eingeladen. Ich kriege gerade Herzflattern. Ich fühle mich sehr geehrt. Danke. Hast du denn Kai, oder wie macht ihr das denn? Dann müsst ihr natürlich mal gucken, was für ein, vielleicht hat Kai ja ein Spezialthema, wo er besonders gut fit ist im Bereich. Genau. Aber das kriegt ihr schon raus. Wir haben es jetzt auf Tape, also es ist jetzt fest. Also, die zweite Staffel beginnt mit Shining. Und der Fortsetzung und dem Film. Und da nehme ich an, bist du wahrscheinlich schon belesen. Äh, ja, ach, bis dahin schaffe ich den zweiten Teil. Film kenne ich ja auch sehr gerne. Okay. Kann man sehr gerne drüber reden. Och, traumhaft. Ja, warte jetzt mal ab. Ja, nein. Ob das wirklich so traumhaft wird. In einem kompletten Freundeskreis ist niemand, der King liefst. Es ist sehr deprimierend. Ich weiß genau, wie es dir geht. Es ist wirklich traurig. Man hat so ein, zwei Leute über Twitter noch, mit denen man sich austauscht, aber es ist auch nicht das Gleiche. Das stimmt. Ja, meine Mutter hat mich damit angefixt. Ach, die Mutter sogar? Nicht schlecht. Ja, die war einfach froh, dass ich lese. Ihr war dann fast egal was. Und ich fand King irgendwie immer am spannendsten. Und dann bin ich dabei geblieben. Aber sie hat das nie so richtig, so 100 Prozent fand sie es nie gut, weil King ja auch, es geht immer um Sex oder um Drogen oder um Saufen oder um Monster und Tode und ist natürlich jetzt für einen Zwölfjährigen oder so nicht unbedingt das Beste. Was war denn dein erstes Buch, wenn man fragen darf? Wahnsinnig gute Frage. Ich glaube, fast eines meiner ersten Bücher war Schwarz. Okay, meins nämlich auch. Sehr schön. Ja, und ich war, ich war aber auch, ich habe aufgehört mittendrin, weil ich mir dachte, irgendwie, ich glaube, ich habe aufgehört, als er dieses, dieses Fick-Ritual mit diesem Sex-Dämon, mit diesem Inkubus oder Sukubus vollführt und da vergewaltigt wird. Und ich habe das als Kind natürlich null gerafft und fand es auch super strange und habe da aufgehört. Und später erst weiß man das zu schätzen, was da eigentlich passiert. Ja, richtig. Vor allem, egal. Okay, ja, ich verstehe es. Es ist so absurd, wenn sich die, hey, du musst den Dämon ablenken. Okay, ich bumse ihn. Ich bumse ihn, ich bumse ihn gut. Und sie bumst ihn gut. Gottverdammt, sie fickt ihn zu Tode, den Dämon. Das ist so ziemlich wortwörtlich übernommen. Ja. Es steht da wirklich so. Es ist wirklich so, ja, genau, es ist eigentlich ein Satz von Odetta, ja. Ich merke schon, ich habe echt was verpasst. Ich werde es nachholen, versprochen. Und dann den Podcast natürlich hören. So, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich kurz noch erwähnen, was ich zuletzt gesehen habe. Oder habt ihr noch irgendwas Spezielles? Sonst können wir danach auch noch ein paar Filme sprechen. Nein. Da ich weiß, dass du auf Zeitreisefilme stehst, würde ich dir noch ARK ans Herz legen auf Netflix. Den habe ich mir heute angeguckt. Es geht um Zeitreise, aber es ist mir gerade zu verwirrend, um es zu erklären. Wie geschrieben? ARK? ARQ. ARQ. Wie das Spiel? ARQ. ARQ? Ja. Ah, okay. Es geht quasi um 20 Minuten, die sich immer wieder wiederholen in der Zeitlupe, die sich immer wieder verändern. Ah, sowas mag ich. Ich auch, total. Das ist leider recht billig gehalten, also auch von der Erklärung her. Im Ernst, aber ich finde, die Billigen sind oft die, die am durchdachtesten sind. Sowas wie Time Crimes oder auch dieser eine mit den beiden Physikern. Oh, Time Crimes, genial. Ja, aber ich wette, den einen kennt ihr noch besser, oder dieser, wo die beiden Physiker in so einer Garage ihre Zeitmaschine erfinden? Ah, ja, Primer. Primer, Primer. Das war ein krasser Film. Alter, mir rauchte nachher der Schädel. Ja, Primer und Time Crimes und gerne auch den, den du gerade empfohlen hast, die kann man sich echt mal angucken. Absolut, gerade wenn man Zeitreise und sowas mag. Wo ich ein bisschen enttäuscht von war, war hier, der eigentlich so schön, so einen tollen Namen hatte, war hier auf Zurück in die Zukunft angespielt, auf den, ach hier, Almanac, Project Almanac. Ja, der war wirklich nicht so schön. Der war mies, leider war. Okay, das war so auf Found Footage gemacht, aber mit Zeitreise, aber. Und obwohl der Name so vielversprechend war, naja, war leider nix. Aber Netflix hat überraschenderweise viele Zeitreise thematische Filme. Also wirklich immer so anderthalb Stunden Filme. Paradox Machine oder so gibt es da auch noch den, der war relativ okay. Also die haben da wirklich einiges. Es wirkt auf mich, als würden die durch ihre, ja, ihren AI, Algorithmus, Logarithmus, was auch immer, recht schnell mitkriegen, worauf Leute abfahren und offensichtlich fahren Leute gerne auf coole Zeitreise-Krimis ab. Sicherlich, plus, plus du siehst es halt, ja, beste Beispiel, sagen ja auch alle, ist halt, ähm, hier die 80er-Jahre-Serie, ähm, ne? Stranger Things. Sag mal schon. Stranger Things. Stranger Things. Weil halt da so viele Anspielungen auf genau die 80er-Jahre-Serie, was genau die Zielgruppe ist, die hauptsächlich Netflix gucken, nämlich wir. Deswegen passt das halt so perfekt, ne? Ja. Deswegen funktioniert es in S auch so gut. Also sie haben ja auch denselben, einen derselben Darsteller genommen, oder? Für beides? Ist nicht einer der Darsteller aus Stranger Things auch einer der Darsteller in S? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, es war so. Aber in Jungs oder so kann sein, weiß ich jetzt auch nicht. Mal ganz kurz, wegen bei S, spielt S für die Kinder nicht in den 50er-Jahren? Äh, da hast du, glaube ich, recht. Und die Erwachsenen-Story in den 80er-Jahren? Ja, ja, ich glaube, du hast recht. Nee, nee, aber da hast du recht. Aber ich finde, 50er und 80er nehmen sich nicht mehr viel. Also das ist einfach, es gibt keine Smartphones. Ende Gelände. Okay, ja. Aber du hast schon recht, es spielt wirklich in den 50ern. Wobei man, ich weiß, ob es sich für einen Film vielleicht ... Man sieht ja auch keine Erwachsenenwelt im Trailer. Also vielleicht ist es ein Zweiteiler von Anfang an. Oh, das kann sein. Und Schott sind wir wieder bei King. Ja, ich will ja auch. Ja, es ist so ein komplexes Thema. Du hast ja recht, es ist so viel Liebe. Ja, ein bisschen. Ich wollte nur ein bisschen mal noch ein paar andere Themen reinbringen, weil ich habe zum Beispiel in der freien Zeit jetzt, wo wir keinen Podcast aufgenommen haben, zusammen mit Daniel, Daniel Pog, der auch mit beim Chat-Duell war, noch einen zweiten Podcast gestartet, die letzte Filmkritik zu finden auf die letzte Webseite.com, wo wir regelmäßig nur einen Film immer besprechen. Also da könnt ihr wirklich innerhalb, ich sag mal, im Schnitt so 30 bis 45 Minuten sprechen, Daniel und ich oder Daniel mit einem anderen Gast über einen bestimmten Film, den wir in der PV oder wo auch immer gesehen haben. Da haben wir zuletzt zum Beispiel The Founder gesehen, die McDonalds-Story mit Michael Keaton, sehr cooler Film, also sehr zu empfehlen, hat mir sehr gut gefallen. Auch da hat man diese Anspielung auf, oh, in der Vergangenheit hat der Burger nur 15 Cent gekostet oder so, hat man da halt auch. Aber auch alleine zu sehen, wie McDonalds oder wie Michael Keaton das gelenkt hat, um halt dieses riesen Imperium aufzubauen, ist super interessant. Also ich mag gerade solche Historienfilme, die dann sogar auch wirklich sehr, sehr nah an der Realität sind. Hat den sonst einer von euch schon gesehen? Hat der ja schon, ich glaub, der hatte ja schon offiziellen Release. Nein, 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 hat er noch nicht. Also schwierig für mich als Eisverkäufer. Ich hab ihn schon gesehen. Und? Ich war vor allen Dingen überrascht, weil er mir eine neue Seite dieses Franchises gezeigt hat, die ich noch gar nicht kannte und die ich vor allem gar nicht wertschätzen konnte. Nämlich wie damals McDonalds einfach den Diner neu aufgebaut hat, also wie sie es einfach geschafft haben, durch Neuorientierung der Leute und neue Instrumente, diesen ganzen Prozess, den man heute so unendlich oft replizierbar kennt und in verschiedenen Varianten kennt, den er überhaupt erstmal zu erfinden. Die haben im Grunde die Küche neu erfunden und dadurch. Diesen Workflow, ne? Ja, diesen Workflow. Die Arbeitsschritte, die Art, wie das auch zusammengebaut ist, dass man nicht einfach sagen kann, gut, dass die Küche findet euch zurecht, sondern dass man das immer und immer wieder abstimmen muss. Das war mir gar nicht bewusst so als Konsument. Nee, stimmt, absolut, weil wir es so gewohnt sind. Wir kennen es halt so. Also es ist ja für uns jetzt keine Neuerfindung gewesen. Aber auch wie Michael Keaton überrascht war, wie er das bestellt hat und ich weiß nicht, zehn Sekunden später war die Tüte mit seinem Essen da und er war ganz überrascht. Das ist heute noch nicht so. Ja, also total cooler Film, kommt glaube ich nächsten Monat oder so in die Kinos. Da war die PV mal überraschend früh und kann ich nur empfehlen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich auch den Power Rangers Film gesehen. Da gibt es auch eine kleine Kritik dazu. Ich bin ja sogar, ich war da sogar mehr derjenige, der noch ein bisschen Background hatte, weil ich halt als Kind oder als 14, 15-Jähriger die Urserie am Anfang geguckt habe bis zum ersten Kinofilm mit Ivan Ooze. Also ich fand den Power Rangers Film okay, nicht unbedingt für mich als Zielgruppe. Die waren sich wahrscheinlich nicht so einig, sonst hätten sie vielleicht, es gab bei diesem Power Rangers Kurzfilm 20 Minuten, sonst hätten sie es wahrscheinlich richtig dark and gritty gemacht. Dann hätte man vielleicht eine erwachsenere Zielgruppe herangezüchtet. Aber ich sag mal, gerade in den neuen Filmen, die erste Stunde so mit Einflüssen von so typisch Coming of Age, Teenagers growing oder Teenagers werden groß, war das schon gar nicht so schlecht. Am Ende wurde es dann wieder ein bisschen kitschiger, wie die Swords rauskamen. Ich fand es ein bisschen wenig Kämpfe in den normalen Kostümen. Das ging leider sehr schnell vorbei. Die hatten einen Kampf, danach kamen die Swords und dann war es das. Das fand ich ein bisschen schade, aber in der Summe ist es okay, ist nur die Frage, ob sie eine Zielgruppe finden, um den Film zu platzieren. Also auch auf Dauer dieses Franchise, weil ich glaube, die Jüngeren, die gucken mittlerweile eher Transformers und für die Älteren war es dann im Endeffekt doch nicht das, was man vielleicht sich erhofft hat. Ich glaube, das ist das große Problem des Films, weil die, ich glaube, 100 Millionen Budget gehabt haben und trotzdem den kompletten Trash der Originalserie übernommen haben mit den Sprüchen. Also es war schon sehr trashig gehalten. Ja, gerade am Ende, so die erste Stunde war doch okay. Und da war ja noch nicht viel Trash. Ja, richtig. Aber also es war nicht das unbedingt, was die Trailer für mich zumindest vermitteln wollten. Ich war da so ein bisschen so, hm, okay. Ich habe gedacht, das wird wirklich ein bisschen mehr gritty und ein bisschen mehr dunkel. Also, ne, entsprechend für Power Rangers im bunten Kostüm. Aber es war dann schon sehr, auch Elizabeth Banks als, ähm, wie heißt du? Rita. Rita, das ist, war schon, es war echt cool und es hat auch echt Spaß gemacht, ihr zuzugucken. Aber es war schon so, ah, okay. Ja, ich warte ja noch auf die Verfilmung der Samurai Pizza Cats. Die fand ich damals, äh, sehr lustig. Das Schöne ist, weißt du denn, was mit Power Rangers geplant war für die Zukunft? Äh, wie geplant? Es waren schon sechs Fortsetzungen geplant. Ach, die sind doch bescheuert. Und die sind jetzt alle abgesagt, weil das Box-Office noch nicht, es ist noch nicht mal das Einspielergebnis nicht drin. Ja, ja, das ist, ist aber, es wird ja am Ende ein neuer Ranger, der grüne Ranger sogar angedeutet. Und man sieht sogar nach der Endschlacht am Fotografieren mit dem Handy den Original Jason und die Original Kimberly. Das war nochmal ein ganzes, ganz nettes Easter Egg. Aber ja, nee, das, das, das wird bei dem Film bleiben. Das, darüber hinaus wird's wahrscheinlich nix kommen, wird leider nix kommen. Ähm, leider war. Ja, du, wie gesagt, ich fand's halt einen, einen ganz netten Film. Ich fand den nicht schlecht, also, gibt Schlimmeres. Für das Budget war das schon ganz okay. Okay. Simon, hast du den auch gesehen? Ja, leider nicht. Ich bin, ich hab damals ab und zu mal reingeschaut. Ich, sag mal so, ich bin dafür zu alt. Ich weiß, meine Freundin ist zehn Jahre jünger als ich. Und die hat damals Power Rangers gefeiert. Äh, und sie hatte ihre eigenen Power Rangers Klamotten, entweder gelb oder rosa. Die einzigen Mädels. Äh, also, die, 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 also, sie hat das ganze Programm sozusagen durchlebt. Und, äh, sie ist trotzdem nicht scharf auf diesem Film. Also, wenn der jetzt total gut wäre, okay. Aber es ist jetzt nicht so, als ob sie sagt, oh, da muss ich rein. Da will ich nochmal meine Kindheitserinnerung auffrischen. Also, nee. Ich glaub, der Film wird, der ist verdammt. Weil, das Original war einfach schon nicht gut genug. Tut mir leid, also. Richtig, so ist es, also. Du machst ja auch kein Remake von Takeshi's Castle mit 100 Millionen oder so. Obwohl man das gerne sehen würde. Kleiner Random Fact. Der gelbe Ranger war sogar nur in der Ami-Version eine Frau. Ähm, die haben ja die Kampfszene und so. Das war alles aus dem, aus dem japanischen Version. Und da war das sogar ein Kerl. Nur die Kimberley war überall ein Mädel. Deswegen hatte die immer so ein Röckchen als Ur-Ranger so an. Äh, und wisst ihr denn, ähm, warum Brian Cranston mitgespielt hat als, ähm, Sordon? Weil Brian Cranston in der Originalserie eine Sprechrolle hatte. Genau. Und der Schreiber der Originalserie war ein riesen Cranston-Fan. Deswegen heißt auch der Blaue Ranger mit Original, also, als, als, als Charakter Billy Cranston. Das kommt auch noch hinzu. Also, da, da ist wohl einer riesen Cranston-Fanboy schon immer gewesen. Und deswegen hat Cranston dann halt auch wohl die Sordon-Rolle aufgenommen. Was sogar noch mit die beste Rolle war. Also, vor allem, der ist nicht so lieb und nett wie in der Serie. Hey, Rangers, ich helfe euch. Sondern der ist schon so ein bisschen badass und versucht eher seine, seine Sachen durchzuziehen. Was, was, was sehr überraschend war, wenn man Fan vom Original ist oder die Originalserie kennt. Aber wenn man Fan von Cranston ist, dann will man sowas. Dann will man Heisenberg. Ja, ja, sicher, klar. Also, wer ein Cranston-Fan ist, muss nicht den Power Rangers-Film sehen. Auf keinen Fall. Nein, der guckt sich besser Godzilla an. Das war viel befriedigender. Ja, aber selbst da hätte ich ihn gerne mehr gesehen. Ja, darum geht's. Ach so, okay. Dass wir den einzig vernünftigen Charakter nach 20 Minuten töten. Ja, schade, schade, ja. Dann hab ich noch Live gesehen zuletzt. Da war ich, ich hab den Trailer damals gesehen und fand den Film echt nicht schlecht. Also, ich fand den überraschend hart. Also, da gibt's echt ein paar Szenen, wo ich dachte, okay, hab ich jetzt nicht so mit gerechnet. Ich dachte, okay, das ist so ein bisschen, selbst wenn's wie Alien wäre, ich fand so ein paar Szenen, ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Ich will auch nicht spoilern bei dem Film. Ich hab ihn gesehen. Nee, leider nicht. Okay. Ihr könnt aber gerne, ganz kurz, ich muss nämlich kurz auf die Toilette, aber das passt perfekt, weil dann könnt ihr ein bisschen mehr spoilern, als ihr es vielleicht würdet. Ich hör's nicht und ich bin in fünf Minuten aber wieder da. Alles klar. Oh, das ist aber ein langer Toilettengang. Alles klar, viel Spaß. Dann reden wir über Live. Genau, also Live fand ich überraschend, also deswegen fand ich ihn überraschend gut, weil ich hab eigentlich deutlich weniger erwartet. Ich war überrascht, wie schnell der Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds dahin gegangen ist. Dafür, dass er doch auch sehr prominent auf dem Poster war. Wir haben auch da, wie gesagt, ich hab da mit Daniel auch eine Dreiviertelstunde gesprochen. Er fand ihn halt nicht so gut, aber in der Summe, mir hat er halt sehr viel Spaß gemacht, weil er halt deutlich härter ist, als erwartet. Und ey, das Alien war gar nicht so uncool. Das sah zwar aus wie so ein Tentakel, aber irgendwie hatte man immer Schiss vor dem Vieh, weil das so extrem schickte. Und es, ja, genau, es war halt mal wieder beängstigend, weil es halt, es war so unglaublich agil und es hat sich immer weiterentwickelt. Und wenn du dir das so, es war intelligent, es war vielleicht sogar zu intelligent für einen Horrorfilm, weil es immer wusste, was es tun muss, aber es hat die Sache halt spannend gehalten. Und im Endeffekt, es ist halt nur ein Horrorfilm und entsprechend sind auch alle Charaktere Stereotypen. Aber dafür, die Tode sind allesamt kreativ. Ich mein, da ertrinkt jemand im Weltall. Ja, 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 klar. Das ist super, also unglaublich kreativ. Es ist halt hart und das schöne, Mini-Spoiler, ich mag ja die Tatsache, es ist ein Horrorfilm, der Schwarze stirbt nicht als erstes, aber dafür stirbt er zweimal. Das fand ich sehr lustig. Nee, aber tatsächlich. Ja, aber auch diese Hans-Szene und halt Reynolds-Abgang, das war schon, boah, richtig unangenehm zu sehen, fand ich. Genau, der legt direkt los. Also vom Trailer her dachte ich auch, das wird kein Horror, sondern vom Trailer hatte ich so Thriller vielleicht, Drama, irgendwas in die Richtung. Ja. was anderes werden würde, ne? Das wäre so ein Cloverfield-Ding. Eventuell, oder das ist vielleicht das, naja, gut, die Vorgänger von Godzilla passt nicht zeitlich, aber. Nee, aber es wird nicht weitergeführt werden, weil einfach, das ist nicht die Idee, es geht einfach, das Ende ist so offen gehalten, aber trotzdem. Genau, es ist so ein richtig schönes Rausschmeißer-Ende mit einem richtig, ähm, hartem Ende, kann man ja ruhig so sagen. Es ist wirklich, ja, doch kann man. Genau, ohne jetzt vom Inhalt was, äh, vorwegzunehmen, also absolut, ähm, überraschend gut. Also wie gesagt, wer, wer da nicht zu zart beseitet ist, kann sich echt live mal echt gut angucken. Also wie gesagt, war ich positiv überraschend und einer der wenig guten Filme, die aktuell so im Kino liefen, die letzte Zeit, ne? Das stimmt, das stimmt. Danke, die Schöne und das Biest. Bah! Ja, da hab ich nicht gesehen, die Schöne und das Biest, muss ich ehrlich sagen. Du? Hallo? Ich hab ihn gesehen, ja, 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 ich hab ihn gesehen, ich hab mich darauf gefreut, ich war enttäuscht. Okay, schade. Ich bin halt, ich bin halt, ich bin mit Disney groß geworden und, äh, entsprechend, hm. Ja. Kein schlechter Film, aber die wussten nicht ganz, was sie machen wollen. Wollen sie jetzt die Vorlage kopieren, aber warum bringen sie dann so viel Neues rein? Und warum ist die schöne Emma Watson, obwohl die gar nicht so schön ist? Das sind so die Fragen. Also nicht besser als Emma Stones Nacktfotos. Die hab ich immer noch nicht gesehen, leider, zu meiner Schmach, aber, naja. Ja, ja, da ist auch wieder was los, dass die alle ihre Handys, dass die immer nackt Fotos auf ihren Handys machen müssen, ne? Wer macht denn sowas? Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, dann hätte ich noch, ähm, eine Serie als Abschluss von meinem kurzen Blog. Ich hab endlich Westworld zu Ende gesehen. Ah! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe immer gehört, das wäre so ein Lost-Nachfolger von der Art, wie es aufgebaut ist und von der Philosophie her. Es hat ein bisschen was von allem. Es ist ja auch eine Insel. Irgendwie schon. Und ein Abrams. Und es ist ein Abrams, ja, als Produzent, so wie bei Lost. Stimmst du mir da ungefähr zu? Habe ich so ein bisschen rausgehört, Simon, oder? Wie war deine Erfahrung mit Westworld? Ja, also ich habe damals ab der ersten Folge schon direkt gesuchtet und war dann in diesem Lost-Modus tatsächlich, wo man peu à peu immer mehr Hinweise erhält und nach und nach auch natürlich mit Hilfe von all den YouTube-Kanälen, die sich dann explizit mit Details beschäftigen und dann den Messerknauf aus Folge 8 vergleichen mit einer Trailer-Szene aus Folge 9 und sagen, Folgendes wird passieren und dann stimmt das. Und dieses sich daran aufreiben, an diesen Theorien und darüber reden und philosophieren und Vor- und Nachteile finden von jeweiligen Ideen, da wird man ja gefühlt für mich immer selbst so ein bisschen zum Autor. Also man versetzt sich ja selbst in die Rolle eines Drehbuchautors oder eines Regisseurs und versucht nachzuvollziehen, was sie sich dabei gedacht haben und wo es vielleicht hinführt. Und ich finde, das verbindet einen viel mehr als Zuschauer, viel emotionaler mit einer Serie, als wenn man einfach nur konsumiert wie bei einer Daily Soap und einfach nur überrascht ist. Oh, da ist ein Twist. Oh, da hätte ich ja nie mit gedacht. Was, die ist schwanger? Und weiß ich nicht. mit Fünflingen. Und also, ihr wisst, was ich meine, so dieses ... Oh, nein! Ja. Ich habe auch mal eine Weile Jane the Virgin geguckt, was auch eine schöne Serie ist, die halt genau das immer auf die Schippe nimmt, diese extremen Wendungen in so spanischen Soaps, die ich auch sehr empfehlen kann. Das ist eine gute Frauenserie, die man gucken kann mit der Freundin. Aber ja, also Westworld, nicht nur wegen Anthony Hopkins, nicht nur wegen Ed Harris, nicht nur wegen dem Ganzen, äh, der ... Bernard und William sind auch tolle Figuren. Wie bitte? Bernard und William sind auch tolle Figuren. Oh, ja. Ich habe mal so erwähnt, ne? Gerade William. Ich finde keine Figur scheiße. Also, die sind ja wirklich alle ausdefiniert, die sind alle smart geschrieben, gut gespielt. Da kann man eigentlich kaum ... Da kann man kaum negative Kritik finden. Selbst die Leute, die blass wirken, sind in dem Fall, äh, Roboter, die programmiert sind, um halt den, 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 den starken Schönling zu spielen oder so. Also, selbst da kann man ... Und was noch da alles passiert, oh, mein Gott. Also, ich würde jetzt gerne noch mal unbeleckt sozusagen sehen, ohne irgendwie Ahnung zu haben, was passiert. Weil ich würde es gerne noch mal durchleben. Und ich hoffe, dass die nächsten Staffeln ähnlich viel Interpretationsfreiraum bieten. Ich gehe davon aus, das Team bleibt ja zusammen. Leider, einzigster Wermutstropfen, geht erst 2018 weiter. Hängt halt natürlich auch mit den ganzen, ähm, wahrscheinlich, ähm, Drehplänen, et cetera, mit den Schauspielern zusammen. Und man will halt wieder diese Qualität, ähm, wie bei der ersten Staffel wieder erreichen. Dann denke ich mir auch, okay, dann lass ihn halt ein Jahr mehr Zeit. Hauptsache, es wird dann richtig gut, ne? Ja, dasselbe wie bei Rick and Morty. Man muss den Leuten dann auch die Zeit lassen. Also, sonst kriegen wir halt Simpsons oder, oder irgendeinen anderen Scheiß. Ja, Lost ist ein gutes Beispiel. Ja, richtig. Ne, das sehe ich genauso. Und ich freue mich tierisch. Und deswegen noch mal, für mich auch noch mal eine große Empfehlung an die, die es noch nicht gesehen haben, weil Westworld so ein bisschen unter dem Radar geblieben ist, weil es halt nicht auf einer der großen Streaming-Plattformen lief. Das ist vielleicht auch so ein bisschen in Deutschland gerade das Problem gewesen von Westworld. Ähm, nur Sky-Zuschauer wie ich konnten es halt sehen. Ähm, oder halt, ich glaube, iTunes geht natürlich auch. Ähm, oder halt, viele haben es auch im englischen Original schon gesehen. Genau, Sky hat es auch im englischen Original schon direkt gezeigt bei der Ausstrahlung. Ich habe es jetzt erst in Deutsch nachgeholt, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, weil es einfach dazu, das war die Zeit, wo mein, ähm, zweiter Sohn gerade frisch auf der Welt war. Da war dann nicht so viel Zeit. Aber dazu habe ich dann alles nachholen können. Deswegen Westworld, absolute Schauempfehlung. Ich möchte es nur noch mal auch vielleicht auf Englisch empfehlen, auch wenn ich weiß, dass es dann oft, ähm, Verständigungsprobleme gibt und man nicht jede Vokabel versteht und das gerade bei so einer Serie natürlich ärgerlich ist. Aber die, einfach die unglaublich talentierte schauspielerische Fähigkeit eines Anthony Hopkins kann halt auch kein noch so talentierter Synchronsprecher eins zu eins nachempfinden. Und da sind teilweise, also gerade wenn man sich die Analysevideos anguckt, wird dann auf einzelnen Pausen, Blicken, Formulierungen rumgeritten, was die bedeuten. Äh, und wenn man den Charakter irgendwann besser kennt, äh, tatsächlich, äh, ist da auch was dran. Also, Anthony Hopkins ist einfach so ein guter Schauspieler, dass der in jede Pause dir was reininterpretieren kann, wenn du so willst, ja. Was die größere Geschichte dahinter angeht. Warum macht er hier eine Pause? Warum formuliert er diesen Satz genau so, wie er es sagt? Warum betont er in diesem Satz ein anderes Wort als das, was ich betont hätte? All diese Sachen. Das ist Wahnsinn, was da drin steckt. Also, ich halte das für eine der, der intelligentesten, im Hintergrund, der intelligentesten Serien, die produziert werden, wo wirklich jemand sitzt und sich echte Gedanken über jede einzelne gesprochene Silbe macht, sozusagen. Also, es ist richtig, richtig gut. Ja. Ich werde, ich werde sicherlich, wenn ich, wenn ich Zeit zwischen dem ganzen King-Roman finde, werde ich mir auch nochmal Westworld in Englisch anschauen. Das Schöne war, es gab immer, ähm, nach der Folge noch so ein, so ein, die beste Szene aus der Folge plus den Trailer für die nächste Folge. Und die waren dann auch immer in Englisch, interessanterweise. Und, ähm, dadurch habe ich auch halt immer nochmal, gerade so die Schlüssel-Szenen der jeweiligen Folge, die sehr häufig mit Anthony Hopkins zusammenhangen. Ähm, habe ich dann immer noch sehen können. Und, ah ja, die Musik will ich auch nochmal hervorheben. Allein, wie sie die ganzen modernen Stücke dann in diesem Western-Setting abgespielt haben. Ah, ganz groß. Gerade in einer der ersten Folgen, wo, ähm... Black Old Sun. Ja, genau. Aber. Das ist ja genau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich bin gestern fast vom Pferd gefallen. Ich habe kein Pferd, aber wenn, wäre ich runtergefallen, weil es so dumm ist, diese geile Serie komprimiert auf zwei Stunden zu gucken. Aber so sind Beziehungen. Hat wirklich jemand gemacht? Der ist auf Netflix sogar oder auf Amazon Prime. Der ist so beliebt gewesen, weil das wirklich ein guter Zusammenschnitt ist von allen Staffeln auf zweieinhalb Stunden, dass der mittlerweile als Breaking Bad The Movie vermarktet wird. Oh je, oh je, oh je, oh je. Und sie so, ja. Und ich dachte, okay, geil, was ist das für ein Film, Alter? Heisenberg, Heisenberg The Movie. Jesse wurde rausgeschnitten. Ja wirklich, der kommt in dem Film kaum vor. Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch einfach dumm. Ja, ja, natürlich. Hier zum Beispiel die drittletzte Folge Osimandias. Das kannst du doch gar nicht ohne das Ganze, wenn du das vorher alles gesehen hast, was für einen Impact diese Folge gemacht hat. Das war doch, wie alles dann zusammenbrach. Auch damals ja hier von Rian Johnson inszeniert, der jetzt Star Wars macht. Oh Mann, echt? Oh, das ist so, wenn man das im Nachhinein alles mitkriegt. Das sind alles so krasse Leute in Hollywood, verdammt nochmal. Ja, und deswegen kann man sich eigentlich auch auf den neuen Star Wars freuen. Alleine meiner Meinung nach wegen Rian Johnson, weil, hallo, der hat so tolle Sachen schon gemacht im kleinen Bereich und wenn der jetzt einen Kinofilm macht, das wird schon, das wird schon. Aber hat nicht der Regisseur von Moon auch World of Warcraft gemacht? Ja, das stimmt. Und so schließt sich der Kreis. Da sind wir da bei Duncan Jones. Ja, das ist leider so gewesen. Deswegen hatte man ja Hoffnung auf den Warcraft-Film. Ich habe ihn nicht mal gesehen, aber ich habe irgendwie kein Interesse. Ich glaube, wenn man spielt, hat man da mehr von. Ich glaube, dann ist es ein relativ passabler Film, wenn man wirklich in der Materie steckt. Und er hat vorher Moon und Source Code gemacht. Auch Source Code war okay. Ja, Source Code war wirklich okay, ja. Deswegen schade drum. Mal gucken, seitdem habe ich auch nichts mehr bei ihm gelesen, was er noch macht. Zwei Flops reichen oft schon. Ein Hit und zwei Flops ist man wieder bei Null. Das geht leider sehr schnell. Und Moon war kein Hit. Okay, aber es zählt als Hit, würde ich sagen, weil viele Leute haben das gefeiert. Kritiker-Hit. So dann ja, aber ... Und teuer war er auch nicht und wahrscheinlich hat er dafür genug eingespielt, dass man das schon als Erfolg verbuchen konnte. Oder wie der Donnie Darko-Regisseur, der danach diesen unglaublich schlechten Film mit The Rock gemacht hat und Stifler. Und wer war da noch? Welcome to the Jungle? Nein, nein, nein. Ich meine, Entschuldigung. Okay, zugegeben, der ist auch mit beiden. Aber das ist nicht der, den ich meine. Das war so ein ganz komischer Sci-Fi, so ein Mischmasch. Sci-Fi, Zeitreise, Endzeit. Ich kann es gar nicht erklären. Am Ende hat nichts Sinn ergeben. The Rundown, oder? Wie bitte? Dominos, Southland Tales, The Box. War das Oakland Tales vielleicht? Keine Ahnung. Warte mal, Southland Tales hat aber auch viele Fans. Ernsthaft? Richard Kelly. Ich google mal nach Oakland Tales. Ich kann dir, glaube ich, schon recht schnell sagen, ob es das ist. Ich meine auch nur ... Also Southland Tales ist mit Sean William Scott und Wayne Johnson, ja. Genau, und Sean William Scott, Sarah Michelle Gellar, ja. Ey, der hat Fans. Ich würd gern mal, dass mir jemand erklärt, weil ich bin mega der Fan von Donnie Darko. Ich hab danach die ganzen Expanded Universe Sachen gelesen und mich so reingelesen und alles. Aber Southland Tales, sorry, also da hat, finde ich, Richard Kelly einfach verkackt. Und seitdem hab ich nichts mehr von ihm gehört. Mal gucken, was der sonst noch gemacht hat. Donnie Darko, Domino, 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 super. Und dann The Box. Und dann war's vorbei. The Box war mit Cameron Diaz, oder? Hab ich sogar gesehen. Fand ich gar nicht so schlecht. Ja, The Box. Ja, aber überlegt euch mal, das ist sieben Jahre her, seitdem nichts mehr passiert. Ja, 2000 Jahre. Macht mal, das sind zwei Flops. Krass. Geht schnell. Ein Hit, zwei Flops. Ich sag's ja. Sonst musst du dich halt an die großen Studios bin und von denen alles diktieren lassen, so Marvel-mäßig oder so. Dann bleibst du in dem Geschäft drin. So Freidenker wie zum Beispiel auch ein Christopher Norris ist, der hat das Glück, dass er halt so einen guten Ruf hat und dass Warner sagt, mach was du willst, wir nehmen das. Der hat auch einfach die richtigen Filme zur richtigen Zeit gemacht. Er hat das Batman, die Batman-Trilogie einfach unfassbar gut wiederbelebt. Er hatte natürlich auch Leute wie Heath Ledger und das alles drumherum. Also es ist schon Glück auch dabei, aber der hat auch enormen Skill. Also das ist kein One-Hit-Wonder. Auch wenn den viele auch immer haten. Aber wie J.J. Abrams. Die wissen schon, was sie machen. Die können das gut. Ja, auch so ein Interstellar hat man gerne auseinandergenommen und alles kritisiert. Aber ich hatte meinen Spaß mit dem Film. Interstellar war super. Ja, ich bin da ein bisschen, ich mag Interstellar nicht so sehr, weil am Ende Liebe als universelle Kraft hat mich irgendwie abgeturnt. Aber ich meine, als Film ist das schon gut. Wirklich, das ist ein guter Film. Das war mal so steht. Ja, tut mir leid, ey. Ja, sorry, allein, also das Liebe-Argument verstehe ich total, aber die Szene im Kino zu erleben, wo sie da in die Station andocken, die sich komplett dreht. Und ich sag ja, ich finde den Film gut, ich finde den Film gut an sich so, ich will das auch, wie gesagt, ich will nichts gegen Nolan sagen, nur mich hat's verwundert zurückgelassen. Okay. Ja, ja gut, das waren viele. Ja, und wenn wir jetzt auf dieses Jahr blicken, da kommt dann von Nolan Dunkirk, Dünnkirchen, also wo mein Opa selber den Arm verloren hat. Da bin ich sehr gespannt, wie er das umsetzt. Also nicht das Arm verliert. Ob das da drin vorkommt. Ob deine Opa. Ja, das ist mein Opa. Nee, aber generell, Dünnkirchen oder Dunkirk ist ja eigentlich nicht so spektakulär, die ganze Sache. Und man, er wird ja keinen Nolan-Twist reinbauen können, kann ich mir nicht vorstellen. Oder, weißt du, so diese typischen Elemente, die er sonst immer macht, wie bei Inception oder Interstellar, kann er da ja nicht machen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob er auch so in Anführungsstrichen einen normalen Film, einen stregenden Film machen kann. Dafür ist er ja mit Memento etc. nicht so bekannt gewesen bisher. Das stimmt, das ist eigentlich seine Nemesis, ein normaler Film. Ja, stimmt. Was ich nicht austoben darf. Und das wird ja, außer dass es halt ein Kriegsfilm ist, ist es ja ein relativ stregenter, normaler Film, der normalerweise einen normalen Ablauf haben soll. Aber man hört ja schon, es soll eventuell aus drei verschiedenen Perspektiven irgendwie die ganzen Szenen gezeigt werden. Vielleicht baut er dadurch natürlich auch wieder irgendwelche interessanten Überschnitte zwischen den Charakteren auf oder so. Ich finde aber, so muss es sein. Ich finde, so muss man, also ich will dann auch einen Regisseur, der sagt, okay, ich mache jetzt nicht nur 0815, by the book, alles genauso wie immer. Sondern der sagt, ey nee, ich will aber was Geiles, Neues machen. Was gab es denn noch nicht? Und der dann versucht, das umzusetzen. Ich finde, den Mut muss man haben in dem Job. Das macht er ja auch. Wobei, wie gesagt, jetzt vergleichen wir es mal mit James Ryan. Der ist ja auch trotzdem relativ stregent, normal erzählt. Trotzdem ist es ein geiler Film. Ja, es ist auch Spielberg. Der ist einfach, der kann es einfach wirklich. Deswegen ist es interessant, ob Nolan sowas macht oder ob er sich doch irgendwie wieder was anderes überlegt. Ich bin sehr gespannt auf den Film, weil der Trailer, wie gesagt, noch nicht so, nicht übertrieben spektakulär wirkt, wie vielleicht andere Trailer zu seinen bisherigen Filmen. Wo man sofort sagt, oh Gott, was wird das Cooles. Vielleicht wird es auch einfach mal wieder ein Kriegsfilm, bei dem du dich wirklich, wirklich, wirklich schlecht fühlst. Ja. Weil das Gefühl hatte ich bei dem letzten jetzt nicht. So Hexo Witch war so. Oh, das wollte ich gerade fragen. Lohnt er sich? Weil ich meine, Mel Gibson ist ja eigentlich ein Garant für gute Regie oder gutes Screenwriting. Screenwriting und die Story finde ich interessant. Die Story ist interessant. Also die erste Hälfte des Films ist großartig. So die, in meinen Augen, die Ausbildungszeit, auch mit Vince Vaughn als Drill Sergeant, großartig, unglaublich unterhaltsam, unglaublich packend, super gemacht. Und dann kommt halt dieser Kriegsteil, der sofort auf die Fresse haut und echt brutal und übel dargestellt wird. Mel Gibson halt. Mel Gibson, genau. Dann haut halt Mel Gibson seinen Mel Gibson rein. Dann kommen noch ein paar Jesus-Allüren durch. Und Götterbilder. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, nee, okay, sorry, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Also ich fand ihn nicht so toll, aber es hat einen Grund, dass er schon recht gut gehandelt wird. Ja, okay. Ich habe mich ein bisschen drum rumgezwängt bisher. Aber eigentlich mag ich Mel Gibson unfassbar gerne. Und ich finde, ich halte den auch für einen Genie, sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera. Und eigentlich muss man alles gesehen haben, was der Mann gemacht hat. Ich liebe Payback. Ja, Alter. Einige Geheimtipps. Gut, dass du das sagst. Ich wollte es gerade sagen, mir lag es auf der Zunge. Gut, dass du das sagst. Gut, dass du das sagst. Payback ist ja wohl mal einer der besten Mel Gibson-Filme ever. Das ist unfassbar, wie gut dieser Film ist. Wie cool Mel Gibson ist. Ich würde den Typ, ich würde ihm den doch lutschen. Also sowas von. Entschuldigung. Ja, hätte er sich ja nichts gegen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wenn es in der Blu-ray steht, ist es okay mit ihm. Ansonsten nicht. Also Payback ist das Interessante. Ich habe den Film damals, das war, glaube ich, einer meiner ersten Blu-rays, wie Blu-ray ganz neu rauskam. Ne, DVDs. Was labere ich denn? Nicht Blu-ray. DVDs. Eins der allerersten DVDs. Da hatte Warner noch diese komischen Pappschuber mit an der Seite, was man so aufknicken konnte. Ja. Und den hatte ich. Und was ich jetzt letztens erst gehört habe, ich glaube sogar, unser Freund, der Daniel, hat das erzählt. Es gibt vom, oder Etienne, es gibt vom Payback noch einen anderen Cut, eine andere Stinnfassung. Doch, mit anderen Szenen etc. Und die gibt es jetzt auch auf Blu-ray. Es gibt wohl jetzt auf Blu-ray beide Versionen von Payback, die zum Teil von der Stimmung her ganz anders sein sollen. Und das will ich mir noch unbedingt angucken, weil das wusste ich bis dato nicht. Und ich meine, das hat Etienne erzählt in einer Folge von Kino Plus. Das kann gut sein. Entweder es kann wirklich nur Ede oder Andi oder Schröckert. Das sind die einzigen, denen ich so eine Information zutrauen würde. Ja, krass. Muss ich mir direkt mal angucken. Ja, sprich, genau, frag mal Ede. Ich meine, Ede war es. Ja, danke für die Info. Ich fühle mich total wohl bei euch, weil ihr sagt auch immer die richtigen Sachen. Ihr sagt immer das, was ich denke. Zufallhaft. Oder halt ähnliche Geschmäcker. Ja. Ja, cool. Nee, also wie gesagt, Payback, für die, die den auch noch nicht kennen, unbedingt mal anschauen. Allein die Anfangsszene und die Musik auch in diesem Film ist wieder genial. Ja, Musik ist gut. Ich habe sofort diese Musik im Ohr. Ja, das ist noch so richtige Gangster-Musik, so Guy Ritchie-Gangster-Film-Musik irgendwie, die einfach irgendwie funktioniert. Ich weiß gerade nicht, ich weiß nicht, welche Musik, aber irgendwie so, ja, ja, ich weiß noch genau, dass ich mir die ganze Zeit gedacht habe, oh, hier ist alles perfekt in diesem Film. Und der eskaliert auch so wunderschön langsam, aber immer mehr und, ach, egal. Entschuldigung. Entschuldigung. Wie gesagt, jetzt auch als Blu-Ray, also es gibt wohl da beide Fassungen drauf und die muss ich mir jetzt auch unbedingt angucken. Also, vor allem die, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, die Kino-Version hatte so ein bisschen immer so einen kühnen Blauton drin. Oh ja. Nicht sehr farblich und so. Und der Directors Cut soll das zum Beispiel gar nicht haben. Deswegen bin ich extrem gespannt. Das ist ja fast wie ein neuer Film. Hey. Ja, super. Ja, absolut. Also, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe es nur gehört. Und die Blu-Ray wollte ich mir jetzt irgendwann mal bestellen. Also, den werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ja, das vielleicht noch mal als kleiner Tipp, wo wir gerade bei Mel Gibson waren. Sorry. Warum nicht? Cool. Okay. Ich hätte noch Logan und Lego-Batman. Also, Logan habe ich auch gesehen. Da können wir gerne kurz drüber sprechen. Lego-Batman vielleicht. Ich habe ihn nicht gesehen, weil ich finde das mittlerweile fast schon immer ein bisschen drüber bei Lego. Und vor allem, macht er nicht so ein bisschen den dunklen Ruf von Batman? Nehmt man Batman denn dann überhaupt noch ernst? Darkness! I'm Batman. No parents! Ich verstehe schon. Ich meine, im Grunde ist es ja nur ein Spin-Off aufgrund des großartigen Auftritts von Batman im Lego-Movie. Und ich finde es aber, also, als Film ist es wirklich auch, naja, für mich ist es so ein Ausleih oder so ein Netflix-Ding. Man kann sich es mal angucken, man hört wahrscheinlich nach der Hälfte auf, wirklich zuzuhören, weil die guten Gags sind in der ersten Hälfte. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Figur, so wie sie da reduziert auf lustig getrimmt dargestellt wird, dass sie einfach nicht reicht für den ganzen Film. Und da können auch Michael, Sarah und all die anderen, es ist ja so geil, dass ja die Cast aus Arrested Development mehr oder weniger vor dem Mikro steht. Weil du hast Gorb, den, ähm, den erfolglosen Zauberer aus Arrested Development und seinen Verwandten, äh, Michael Sina, der, äh, oder Sarah, Sina, Sina? Sarah. Sarah, Michael Sarah, der, ähm, ja auch in Arrested Development eine sehr wichtige Rolle spielt. Und das ist total lustig, die beiden zusammen vor dem Mikro zu hören, wenn man die Serie kennt. Ich liebe die Serie. Ja. Aber wieder eine Verbindung. Arrested Development ist grandios. Siehst du. Und auch schön, auch wenn die letzte Staffel bei Netflix irgendwie nicht, nicht das wiedergegeben hat, was man wollte, war es doch schön, dass sie es gemacht haben. Also es war eine andere Staffel. Es war wieder halt ein komischer Schnitt, ne? Die haben schon überlegt, das anders zu schneiden, so wie die früheren Folgen. Nochmal alles umzuschneiden. Ja, aber die waren ja auch nie zeitgleich in einem Raum. Also es ist einfach, die Leute sind mega erfolgreich geworden. Richtig. Und du kriegst sie nicht mehr zusammen vor die Kamera. Das ist ein ganz reales Problem, leider. Ja, und Will Annette ist ja die Stimme, ne? Ja, Will Annette ist ja Will Annette. Allein wenn dann, ich glaube, Final Countdown kam dann immer bei Arrested Development. Super gut, ja. Ich liebe das. Also ich finde halt, er macht den Batman fantastisch. Ich würde niemand anderen haben wollen, aber die Rolle an sich ist einfach zu zweidimensional. Genau, also ich habe ja nur den Trailer gesehen, ich habe den Film ja noch nicht gesehen. Und für mich kam das halt auch mal so vor. Ja, das funktioniert immer für so kleine Gags oder für kleine Clips. Aber für einen dann 90- oder 2-Stunden-Film habe ich das Ganze für ein bisschen dünn gehalten. Bei dem Lego-Movie fand ich halt noch gerade was am Ende mit Will Ferrell passiert und so diese Geschichten halt super gut gemacht. Und die Idee dahinter, ne? Mit dem Spielen im Kinderzimmer, etc. Und das fehlt ja, glaube ich, im Batman-Movie logischerweise, ne? Das ist ein strengenter Lego-Film, oder? Ja. Ja. Und ja, aber trotzdem, auch die deutsche Stimme von dem Batman ist natürlich cool, weil es ja die Dark Knight-Stimme ist, ne? Das ist ja das Sympathische. Ach, echt? Ist die von Christian Bale die Stimme? Ja, ja, Johnny Depp, Christian Jays by David Nathan. Ja. Okay, deswegen passt es da auch, ne? Das ist auch gut. Alle Stimmen, also auch Catwoman ist die Stimme von Anne Hathaway, Bane wird von Tobias Gluckert gesprochen. Das sind wirklich die Original aus dem Nolan-Film, alle Stimmen zugeordnet. Und das ist cool, ja. Und da denke ich mir nur dann, das, was ich gerade ursprünglich meinte, macht mir das nicht dann The Dark Knight kaputt oder so? Wenn ich dann The Dark Knight sehe und die gleichen Stimmen höre und die gleichen Charaktere. Ja, ja, ja. Und dann an irgendwelche bescheuerten Szenen aus dem Lego-Batman-Movie denke. Naja, also ich finde die Figur Batman bietet genug Angriffsfläche für dummen Humor und der passt auch oft, weil tatsächlich ist Batman eigentlich eine ziemlich lächerliche Figur. Aber wie gesagt, wenn man sie ernst nimmt, kann man ein neues Universum daraus schaffen und wenn man sie null ernst nimmt, dann hast du halt Lego-Batman. Aber beides ist okay und beides funktioniert, finde ich, in ihrer eigenen Welt, aber es war einfach zu lang. Also ich glaube, der Film hätte auch für mich ohne Michael Sina... Michael Sera. Sarah, das ist doch eine Scheiße. Wie wird das buchstabiert? C-E-R-A. C-E-R-A. Das ist nicht John Cena. Ja, ich denke immer an John Cena. Genau das, du hast meine Gedanken. Ist das nicht Wrestler? Michael Sera ist ein super Typ so und ich mag den auch, aber im Grunde brauche ich Robin nicht in einem Batman. Und der Film könnte eigentlich eine Stunde gehen und der wäre lustiger und besser konsumierbar. Aber das ist nur so mein... Also ich glaube, ich würde mir sogar eher auch nochmal im Englischen angucken, weil der Joker wird da von Zach Galifianakis gesprochen und nicht von... Ich mag ihn zwar als YouTuber von Gronkh, aber Gronkhs Stimme als Joker, ich kann mir das nicht vorstellen. Nein, Gronkh nicht? Hat auch leider nicht den Impact. Ja, Gronkh spricht den Joker im Deutschen. In den Trailern nicht, da ist es noch Bodo Wolf, also die Stimme von zum Beispiel Brian Cranston aus Malcolm mittendrin. Das ist ja Wahnsinn, das wusste ich nicht. Ja, man merkt es leider auch. Das ist schon ein mutiger Schritt, aber... Man kann ja gerne auch solche Leute, um das ein bisschen zu publishen oder Werbung zu machen im Deutschen, gerne besetzt für kleinere Rollen. Aber ich vermute mal, der Joker ist jetzt nicht die kleinste Rolle in dem Film, oder? Ja, ich kann mich erinnern, bei Pets haben doch auch ein, zwei YouTuber, ich glaube LeFloid oder so, haben auch ein, zwei Hunde oder Tiere gesprochen. Da fand ich das auch okay. Ich persönlich, also als jemand, der halt natürlich Gronkh kennt und aber vor allem auch als Mensch einfach schätzt, so. Ich freue mich natürlich dann für ihn, aber ich denke mir gleichzeitig auch, ja, naja, andererseits, man muss irgendwo anfangen. Also ich, ich meine, der hat eine gute Stimme und der kann sicher das auch lernen, aber dann direkt mit einem Kinofilm, Hollywood, Blockbuster, Batman, Will Arnett anfangen, weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Ja, und so eine ikonische Figur wie den Joker. Ja, genau, ich meine, den spricht Mark Hamill, verdammt nochmal. Mark Hamill ist eigentlich der ideale Joker. Da kannst du doch nicht ankommen und sagen, so, ich spreche dir jetzt auch. Hallo, ich bin der Joker. Löchepuppechen. Löchepuppechen. Ja, also, das soll jetzt nicht gegen Kronkh richtet sein, weil ich meine, letzten Endes, ich weiß, wie das läuft, du kriegst ein Angebot, denkst dir, ja klar, mach ich das. Da gibt's gar keine Frage, natürlich spreche ich dir, wen auch immer, ja, aber derjenige, der dann entschieden hat, komm, das lassen wir nicht jetzt hier einen professionellen Schauspieler sprechen, sondern einen YouTuber, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist am Ende. Ob das mehr Leute ins Kino lockt oder weniger. Ja, es ist halt der Punkt, an dem es nur wegen dem Marketing gemacht wird und um Leute reinzulocken, weil, wie gesagt, in den Trailern war es halt noch Bodo Wolf, der ja auch den Joker in den Batman-Spielen, in den Arkham-Spielen gesprochen hat. Das finde ich auch, finde ich auch übersichtlich. Ja, ich meine, wobei ich sagen muss, wirklich, Kronkh ist an sich ein guter, wirklich ein guter Sprecher, der hat schon eine ordentliche Stimme und der macht das ja so lange, dass er das sicher kann. Der spricht so viele Rollen in irgendwelchen Spielen und alles, also, aber es ist dann halt, Joker ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, verdammt nochmal. Genau, das, so meine ich das halt auch. Ich gönne ihm ja auch alles, alle Rollen, die er da spricht, aber gerade Joker fand ich halt schon krass. Da soll er von mir aus einen Riddler spielen, der im Original von Conan O'Brien gesprochen worden ist oder so. Ja, Riddler zum Beispiel, oder auch, er hätte auch gut, finde ich, Robin sprechen können, also das passt einfach besser. Ja, weißt du, wer im deutschen Original, im deutschen Original wurde Robin von Luke Mockridge gesprochen. Kenn ich nicht. Ja, ist halt auch wieder so eine Entscheidung, aber okay, wollen wir mal nicht haten. Nein, ich, doch ein bisschen, darf ich ein bisschen haten. Eine Kollegin, die schon bei uns im Podcast war, die liebe Anne Helm, die durfte wenigstens Harley Quinn sprechen. Ja, immerhin. Wieder wie im Original. Jenny Slate im Original, oder was meinst du mit Original? Nee, nee, halt auch wieder angeglichen an Suicide Squad, die deutsche. Ach so, da spricht Harley Quinn auch an der Helm, aber andersrum? Okay. Wichtig ist, der Film ist nicht so gut, weder im deutschen noch im englischen. Leider, ja. Und DC hat einfach momentan kein Händchen für das Ganze. Ich bin auch noch skeptisch, da sind wir wieder bei 2017 mit Wonder Woman. Das könnte vielleicht der einzige positivere Film sein, weil Justice League bin ich auch schon wieder sehr skeptisch. Aber DC hat ja jetzt angekündigt, dass sie vielleicht einen Bad-Girl-Film machen wollen unter Joss Whedon. Ja, okay. Und zumindest Joss Whedon und starke Frauen. Buffy, das kriegt er hin, wenn er darf. Okay, wenn die Dialoge gut sind, ja, aber wenn der ganze Rest, tut mir leid, aber dieses ... Ja, dann braucht man es halt nicht. Ich brauche auch nicht immer das ... Ich brauche nicht das Äquivalent zu jedem männlichen Helden, nur damit meinem männlichen, archaischen Gehirn klar wird, dass Frauen dasselbe können wie Männer. Es ist mir einfach, gelinde gesagt, scheißegal. Denn es ist eine fucking Fantasie. Es ist ein Film. Wenn dann im Film, in der Fantasie, die Männer die krasseren sind, ist mir das recht. Das heißt ja nicht, dass ich ... Ich kann auch in echt, kann ich auch nicht rumrennen und Leute verprügeln, weil ich das nicht kann. Also wo ist das Problem? Wenn das ein Mann ist, warum muss es immer noch das Äquivalent dazu geben? Supergirl ist einfach lame. Badgirl ist einfach für den Arsch. Ja, die kriegt einfach ... Die kriegt ihr Rückgrat rausgeschossen und dann darf sie als Oracle rumrennen. Ja, aber tut mir leid, aber so sieht es doch aus. Es kommt nicht an. Die Leute wollen es nicht. Können wir einfach mal damit aufhören, alles so zu tun, als ob Geschlechter nicht existieren? Das macht mich wahnsinnig. Gerade in Comics, gerade in die ganzen Comic-Serien, die gerade irgendwie passieren. Mit irgendwelchen rundgelutschten PC-konformen Charakteren und neuen Imaginations und Remakes und neuen Universen. Es ist mir alles recht, aber es kauft keiner. Also de facto interessiert es die Leute nicht. Also bitte, bitte besinnt euch mal wieder auf die Inhalte und macht eine geile Story. Und dann ist mir auch scheißegal, ob der Joker eine Frau ist oder ein Mann. Jetzt mal im Ernst. Wenn du einen guten Joker als Frau machst, klatsche ich Applaus. Da habe ich kein Problem mit. Aber ich klatsche nicht nur, weil das eine fucking Frau ist. Ja, richtig. Ja, richtig. Klatschen nicht. Vielleicht klatscht was anderes, aber ... Oh Gott. Alles, was ich versucht habe aufzubauen, eingerissen. Dahin. Ja, sorry. Nee, kann ich so unterschreiben. Apropos, wo ich gerade hier zwei Gamer unter mir habe. Ich spiele momentan, wie ich es am Anfang schon angedrückt habe, nur Zelda. Das frisst genug Zeit. Was sagt ihr denn zu der neuen Lara Croft? Da gab es die ersten Bilder und der Film kommt ja auch, glaube ich, schon dieses Jahr raus. Alicia Vikander, oder? Genau, genau. Und die Bilder waren ja sehr, sehr stark erinnernd an das Tomb Raider Remake, wo sie unten am Strand so angespült war oder im Sand saß oder stand. Ich finde generell, dass sie Vikander sehr stark dem Tomb Raider der Neuinterpretation ähnelt. Habe ich keine Meinung zu. Ich habe nichts gesehen. Okay. Ich schaue es mir gerade an und ich bin natürlich ein, ich verfolge das Ganze schon lange. Also ich meine damit wirklich seit dem ersten, eigentlich seitdem die ersten Models hier damals mit, weiß ich nicht, Ronda Mitra oder so, wie die alle hießen, wo die dann durchgeswitcht wurden und alle drei Jahre war ein neues Model und dann alle zwei und dann plötzlich alle drei Monate und die haben komischerweise immer Pornos gemacht, nachdem sie abgewählt wurden als Lara Croft, habe ich das natürlich als Spieler mitgekriegt, so ein bisschen, dass es da viele Charaktere gibt, die alle dieselbe spielen. Ich fand die alle nice und für mich war aber von Anfang an klar, das kann nur Angelina Jolie sein, weil sie war es einfach. Es war offensichtlich, dass die von Anfang an an so jemanden gedacht haben. Die Filme fand ich dann leider nicht so geil. Aber für mich ist Angelina Jolie immer noch unwiderruflich Tomb Raider oder Lara Croft. Mit den neuen Bildern, ja, du hast es schon gut gesagt, ich finde, du hast es eigentlich perfekt gesagt. Es erinnert sehr an das Remake, was mir wiederum Spaß gemacht hat. Aber es ist auch so ein bisschen, ich finde nicht, dass es die Erinnerungen überschreibt, sondern es ist einfach, aha, wir sind jetzt im Jahr 2017, so ist jetzt eben Tomb Raider. So, das akzeptiert man als Spieler und dann ist es gut. Und dann ist es jetzt einfach die neue Tomb Raider Variante und in zehn Jahren gibt es wieder eine andere. Ähm, aber für mich wird es, glaube ich, lange Angelina Jolie bleiben, was Filme angeht. Auch wenn die Filme scheiße waren. Aber sie war halt einfach, sie ist einfach mega hot und sieht einfach aus wie, wie, wie fucking Lara Croft. Ich kann es nicht anders sagen. Ähm, also ich, mir fällt es unglaublich schwer, mich auf jemand anderen einzulassen. Das meine ich damit. Weil, weil irgendwie, warum gucke ich dann überhaupt noch? Aber ich finde halt, wie gesagt, dass sie eher aussah wie die alte Lara Croft bis zu dem jetzt, ähm, bis zu Tomb Raider, zu dem Remake. Ähm, weil da sah sie ja doch schon deutlich zierlicher, jünger aus. Auch weniger Brust war zu sehen, ganz klar. Was jetzt deutlich natürlich mehr Richtung Vikander geht, ne? Aber klar, wenn man natürlich mit der ... Also es geht mehr in Richtung, äh, authentisch, boden, bodenständig, ein bisschen einfach, oder was meinst du, wenn ich das gerade richtig ... Weil ich hab, ich such die Bilder gerade. Genau, deutlich verletzlicher als diese ... Ähm, das ist ja auch okay, oder? Weibliche Indiana-Jones-Version, ähm, ja, ne, das ... Aber ich kann das verstehen, wieso man das ... Oder wieso du das so siehst. Ah, ich seh ... Ja, aber okay, sie ist schon ... Ja, ist schon eine sehr hübsche Darstellerin. Aber wer ist denn Vikander? Woher kennt man die? Ex Machina. Ex Machina. Okay, gut, ihr habt mich überzeugt. Das hat sie gut gemacht. Ähm, okay, nein, im Ernst, ich mag ja auch ... Also, ich mag zum Beispiel, dass bei den neuen Tomb Raider-Teilen die Brüste nicht mehr so präsent sind. Dass es wirklich weniger ein Sexobjekt und mehr eine Frau ist. Dass man auch, und das find ich schön, oft angedeutet sieht, ja, so eine Frau ist natürlich auch in so einer Männerwelt begehrt, weil sie auf einer einsamen Insel ist. Und sie ist immer im Begriff, vergewaltigt zu werden. Und das wird ja auch angedeutet in den Spielen. Und das ist eine reale Gefahr, die ich nachvollziehen kann, bei der ich sage, okay, ich verstehe, dass sie da um ihr Überleben kämpft und gegebenenfalls auch jemanden umbringt, weil es so sein muss. Aber Angelina Jolie war dann halt, also als Lara Croft, einfach die Badass-Klischee James Bond als Frau. Irgendwie. Also so total überfähig und immer überzeichnet. Und immer, man hat sich nie Sorgen gemacht, dass sie, wie Teil 2, da ist sie doch in diesem Unterwassertempel, das ist ja wenig, glaube ich, immer wieder. Aber ich muss es auch mindestens einmal im Jahr erzählen, weil es einfach so dumm ist. Und dieser Tempel stürzt ein, sie ist unter Wasser. Ein Kilometer unter Wasser. Und hat keinerlei Tauchequipment. Wie kommt sie raus? Sie springt quasi ins Wasser. Da ist natürlich so eine Luftblase. Sie springt in das Wasser, schwimmt ins Meer, ritzt sich in den Arm. Ein Hai kommt. Sie haut dem Hai volle Socke auf die Fresse. Der Hai denkt natürlich, what? Das geht ja gar nicht. Und fängt an wegzuschwimmen und nach oben. Und so kommt sie nach oben. Es ist völlig egal, dass ihr da eigentlich das Gehirn platzen würde oder so. Aber sie hängt sich an den Hai und der bringt sie nach oben. Und irgendwie war das für mich immer, das ist Laura Klobis. Völlig überzeichnet, Cartoon-Gewalt nicht ernst zu nehmen. Und jetzt versuchen sie es ernst zu machen. Und damit habe ich kein Problem. Aber ich weiß nicht, ob es mir gefällt. Ja, ob ernst, wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall bodenständig, so wie halt die neuen Spiele. Wenn man das als ernst bezeichnet. Authentisch, ja, das stimmt. Vielleicht ein bisschen Gossip am Rande. Wisst ihr denn, mit wem die gute Dame liiert ist? Bald mit mir, wenn mein Plan aufgeht. Das hätte ich sagen wollen. Mit Michael Fassbender. Ach, natürlich, na dann ist keine Chance. Ja, das wird schwer, ne? Gegen Ezio. Nee, ist ja gar nicht Ezio. Aber okay. Ja. Nee, generell, sie hat schon jetzt in der letzten Zeit, Ex-Machina haben wir ja gesagt, Code Name Uncle, Danish Girl, Jason Bourne, hat sie überall mitgespielt. Also, die hat schon ganz gut was, ganz gute Filme in der letzten Zeit mitgemacht, ja. Na gut, ich bin gespannt. Ja, deswegen, also sehe ich genauso. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich, wie gesagt, auch die Neuinterpretation ganz gut fand. Und ich hoffe einfach, ich glaube, die alte Lara Kofft hatte halt auch wieder, das war ein Konstantin-Film. Und irgendwie diese Konstantin-Filme wirken immer so ein bisschen, so wie Fantastic Four. Ja. Irgendwie nicht so richtig Hollywood. Irgendwas ist da immer falsch. Die Atmen B. Da ist immer der Bernd Eichinger noch mit dazwischen. Ich weiß auch nicht. Ja, ja, du hast recht. Doch, 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 doch. Das ist schon wahr. Das kann man unterscheiden. Das merkst du, ne? Ja. Total, ja. Okay, wie kann man überhaupt jetzt zu, äh, wie kann da auch in der Lara Kofft. Ist doch egal. Ist auch egal, sehe ich genauso. Ähm, ja, habt ihr vielleicht noch abschließend, mich würde ja generell mal interessieren, was denn eure Highlights oder eure, ähm, Most Wanted 2017 sind an Filmen. Oder auch gerne Serien, was ihr bevorzugt. In zwölf Tagen geht Doctor Who weiter. Ah ja. In zwölf Tagen schon? Echt? Ist es soweit? Ja, ja. Am 15. Ah, das ist ja auch so ein Ding von mir. Ich bin ja auch mega Doctor Who-Fan, aber ich komme mit Capaldi schwer klar. Wirklich? Okay. Ich, ja. Ich liebe es. Also, ich muss sagen, die erste Staffel war für mich, ähm, eine Überwindung. Meine Freundin, die mit mir alle Staffeln durchgehalten hat bis dahin und, und, und wir, wir lieben gewisse Folgen. Also, wir haben teilweise geheult, wirklich. Ähm, Doctor Who ist so gut, dass du am, am Ende mancher Staffeln einfach nur weinst, weil es so, so gut ist. Ähm. Ähm, das haben sie dann übertrieben, bis man fast immer heulen musste so, aber sie haben es schon, finde ich, gut geschafft. Und bei Capaldi hat sie aufgehört, weil er war ihr zu unsympathisch. Und ich habe sie gezwungen, weiterzugucken. Und dann war diese, äh, die erste Folge der letzten Staffel, wo er in einem mittelalterlichen Kolosseum mit einer E-Gitarre auf einem Panzer angefahren kommt. Und das war für mich immer die Ansage, okay, ab hier haben die Macher gemerkt, dass ihr Charakter noch nicht ganz ankommt. Und die wollen ihn cooler machen. Und ab da hat's mir besser gefallen. Aber, tut mir leid. Es ist schon sehr, sehr schwer, gegen, gegen die letzten zwei Doctor Who's anzukommen. Die waren einfach beide nahezu perfekt. Mir fällt da eigentlich, ich würd die gerne endlos weitergucken. Also wirklich, die waren so gut. Es ist richtig, also ich glaub, das ist der Punkt, weil seit 2005 neu angefangen hat, halt sowohl Eccleston als auch Tennant oder Smith, es waren alles so junge, hippe, mit so einer Love-Intuit-Story. Und jetzt kommt wieder so ein Alter, der mehr so Old-Doctor-Who-Story-mäßig ist. Grumpy und es ist immer düster. Der pissig ist und düster und der aber auch zerbricht. Also er ist zerbrochener als die anderen. Ja, total. Ich glaub, das ist, was mir gefällt, dass er halt immer mehr zerbricht, bis er am Ende der neunten Staffel auf einmal Krieg anfängt, weil ihm seine Freundin genommen wurde. Und das gefiel mir sehr. Ja, ich stimme dir völlig zu. Ich mag das ja auch. Ich mag die Figur, könnte ich endlos drüber reden, wie toll die ist und warum die so toll ist. Aber bei den Darstellern, da hab ich schon gerne jemanden, der mir nach der zweiten Folge schon gefällt und nicht erst nach der zweiten Staffel. Aber viele, ich hab das Gefühl, dass ich mich da ein bisschen entferne vom Konsens, weil viele finden den gut und fanden den super auch von Anfang an und ich hab mich immer schwer getan. Fakt ist, er hört nach der Staffel auf, Steven Moffat hört nach der Staffel auf, also dann gibt's einen kompletten Wechsel. Da bin ich mal gespannt, da bin ich wirklich gespannt, was dann passiert. Das kann richtig schlimm werden, aber es kann auch verdammt geil werden. Ich würd gern mal jemanden wie J.J. Abrams wirklich an sowas wie, an sowas Konfusem wie Doctor Who sehen. Aber wird natürlich nicht passieren. Peter Jackson endlich. Ja, oh Gott. Wollt Peter Jackson nicht was machen? Peter Jackson. Ja, wie geil wär das denn? Der will ja, es gibt ja sogar den Teaser mit Peter Jackson, wo Capaldi im Hintergrund mit dem Daredeck rumläuft. Ja, das war, genau, aber da ist ja nichts mehr draus geworden, leider. Ja, aber das wär natürlich geil. Das ist leider wahr. Doch, ich kann ja noch. Als Doktor war doch kurz der Dings im Gespräch, der von Spaced und natürlich von tausend anderen geilen hier, Shaun of the Dead. Simon Peck. Simon Peck. Ich hab grad den Namen vergessen, Simon Peck, war im Gespräch und er würde es auch gerne machen, aber das war noch vor Capaldi. Ja, er war aber auch schon in der Serie drin. Ja, aber, genau. War Capaldi auch. Stimmt. Genau. Das ist auch lustig. Ich hab vor kurzem eine alte Folge gesehen, wo Capaldi auftaucht. Das ist alles so bizarr. Im Rom, ja. Ich hab die letztens auch erst gesehen, da in diesem antiken römischen Reich da. Genau, da passt er auch gut rein. Ja, war sehr lustig. Vor allem, ich wusste, dass Kai das schon alles gesehen hat und ich hol gerade alles nach und ich sah die Folge, ich schrieb Kai nur, warte mal, ist das nicht der neue Doktor Who? Wird das irgendwie erklärt, warum er da war oder dann da? Aber nee, leider nicht. Aber so wie man Doktor Who kennt. Es wird erklärt. Es wird erklärt? Ja. Aber es ist ja nicht er, ne? Nein. Na, das ist das nicht. Also, er sucht sich bei der Generation das Gesicht aus, weil die Szene, in der der Doktor ihn rettet, um jemanden zu retten, ihn daran erinnern soll, dass er ein guter Doktor sein soll. Das ist so die Erklärung, die dahinter gesteckt hat, so ein bisschen. Das ist so ein bisschen hanebüchend. Ja, aber ich finde, sie finden immer einen guten Weg, das auch so ein bisschen zusammenzuschrecken. Es ist immer noch, es hätte auch schlimmer kommen können als Erklärung. Deswegen, ich hab zuletzt gerade mal die vierte Staffel durch mit Tenant, was sehr traurig zu Ende ging und hab jetzt gerade die ersten paar Folgen mit Matt Reeves, ne? Ah, das war fast mein Liebling. Tenant war auch richtig geil, aber Matt ist so. Matt Reeves, ja. Matt Smith. Matt Smith, ja. Nicht Matt Reeves. Aber ich finde, der spielt den auch richtig gut. Ich find ja die, hier, wie heißt das, ist von Netflix eine Serie, Superhelden-Serie, Jessica Johnson, heißt das so? Jessica Jones? Ja, Jessica Jones mit David Tennant. Hammer. Da spielt er den Hammer-Bösewicht. Also, noch nie hab ich den Bösewicht so gehasst. Es ist wirklich nicht greifbar, wie sehr ich den hasse. Und dann ist man trotzdem traurig, wenn die Staffel vorbei ist und man denkt, okay, der kommt wahrscheinlich nicht wieder. Wahnsinn. Es ist also großartiger Schauspieler. Ich find den Schauspieler auch super. Ich fand auch schade, dass sie den bei Harry Potter so verheizt haben für diese kurzen Szenen da. Ja, da war er halt, schade, verschenkt. Ja, aber schade. Hätte man doch viel mehr nutzen können, den guten Schauspieler. Ja, total. Aber dafür ist Boat Church. Ach, Boat Church, genau. Wer Boat Church noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall gucken. Ist auch mit David Tennant und Olivia, ich komm auf den Nachnamen nicht, ist auch von dem, der jetzt Dr. Hüber nimmt. Super Crime-Serie, sechs Folgen oder acht Folgen. In so einer englischen Provinz über einen Kindermord. Aha. Großartig, super geschrieben, großartig dramatisch, sehr viele bekannte Gesichter. Wowie macht da auch mit, der ja Companion war bei Smith. Oder, wie heißt er, der alte aus Potter Fitch, der Hausmeister und ganz viele bekannte Gesichter. Bei Game of Thrones spielt er da auch mit. Ja, genau, da ist er ja der, ja. Kann ich nur empfehlen. Boat Church hat inzwischen eine zweite Staffel. Wow. Okay. Ich hab's bei Netflix schon gesehen, ich hab's erstmal nur auf die Liste gelegt, ja. Werde ich sicher. Und, ähm, apropos, ihr beiden, ähm, Who-Fans, ähm, ihr seid mir ein bisschen voraus. Da haben Kai und ich schon mal kurz drüber gesprochen, da kommt doch jetzt wieder ein Spin-off ein neues, ne? Ist schon da, Klaas. Klaas, äh, hast du schon was davon jetzt gesehen? Ich hab mir die erste Folge angeguckt, wollte dann aber warten, bis die Staffel raus ist. Von der ersten Folge her erinnert es mich an so ein Buffy im Doctor Who-Universum. Also es ist relativ blutig und sehr direkt, es werden ja Körperteile weggeschlachtet. Der Doktor hat so einen kurzen Nebenauftritt, in dem er mal kurz erklärt, so, ja, das spielt in meinem Universum, deswegen sieht man mich mal kurz. Wie das sagt er so? Ja, so ziemlich. Also das ist auf jeden Fall seine Rolle. Ähm, aber ich hab halt nur die erste Folge gesehen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob irgendwie eine zweite Staffel bestätigt ist oder so. Ich werd da mal bei Gelingert reingucken. Okay. Cool, cool. Also, ähm, deswegen, ich hing da ein bisschen hinterher, aber bin auch, äh, großer Freund von Doctor Who. Gefällt mir schon sehr gut. Aber ich mochte generell, die englische Serien haben oft, ähm, echt, 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 äh, machen echt Spaß, ne? Ob's jetzt Sherlock ist, ob's Doctor Who ist. Die, die Engländer können, können schon gute Serien, also, absolut. Cool, ähm, ja. Ja, sonst noch, ähm, Tipps für 2017? Baywatch? Ist das dein Ernst? Äh, The Walk. Jeder, ich liebe The Walk. Ich jeden Film mit Dwayne The Walk Johnson kann ich mir angucken. Der Film kann scheiße sein wie San Andreas, der für den Arsch war, aber The Walk macht's gut, fertig. Fast and Furious? Ja, guck ich. Seit dem fünften Teil, seit The Walk dabei ist, guck ich die Filme. Ich, ich, ich muss auch sagen, also, ich mag die jetzt auch nicht so, die Idee dahinter, aber die sind schon besser geworden, äh, seit dem vierten, fünften Teil, das ist wahr. Ja. Das ist eigentlich ein Satz, den man so nicht sagen sollte, aber es ist wahr. Aber, aber, aber jetzt gerade, wenn man den Trailer zum Neuen sieht und dann fahren die da vor dem U-Boot, äh, vor dem atomgetriegenden U-Boot weg. Mit einem Panzer. Auf Eis. Ja. Warum denn nicht? Warum nicht? Ja, genau. Sie haben doch alles andere schon gemacht. Aber ihr wisst schon, aus welcher, woher dieser Film eigentlich ursprünglich mal kam, äh, da ging es um illegale Autorennen. Ja, aber das ist mir egal. Das war in Folge 1. Ja. Deswegen freue ich mich auch genauso auf Jumanji. Ach so. Mit The Walk und Karen Gillian und, äh, Kevin Hart. Oh. Na gut. Mal gucken. Ja, immer gefährlich, solche Remakes von so Klassikern. Ja, klar, aber The Walk, das reicht mir. Ach so, äh, vielleicht kurz noch zu Logan, ähm, weil, weil den Simon vorhin erwähnt hat. Ich hab voll Bock drüber zu reden, aber ich muss kurz noch aufs Klo. Ich bin fünf Minuten da. Tut mir leid, es ist ganz schlimm. Okay. Vielleicht erklär ich schon mal den Film. Alles klar, können wir gerne machen. Ähm, du hast ihn auch gesehen, Kai, ne? Ich, ja, natürlich hab ich Logan gesehen. Ähm, willst du kurz was zur Story sagen, Marc? Äh, ja, Logan richtet sich an die Comicvorlage Old Man Logan. Es geht um den guten Wolverine, ähm, der in die Jahre gekommen ist. Es spielt im Jahr 2029, also jetzt in der Zukunft. Mutanten sind weitestgehend ausgestorben. Ähm, wurden auch seit vielen, vielen Jahren keine neuen Mutanten mehr geboren. Und Wolverine, ähm, leidet darunter, dass sein Heilfaktor inzwischen nicht mehr so, ähm, nicht mehr greift. Also er halt nur noch sehr schlecht. Er wird alt, er wird gebrechlich. Und, äh, er muss sich um Charles Xavier kümmern, der inzwischen aufgrund einer, es wird angedeutet, dass es irgendeine degenerative, äh, Neurokrankheit ist. Also, dass das Gehirn irgendwie darunter leidet, Alzheimer oder ALS oder was auch immer, äh, seine Kräfte nicht mehr unter Kontrolle hat. Und, äh, damit führt uns Logan in eine sehr dystopische Zukunft, in der er versucht zu überleben und ein Leben für sich und seinen guten Freund zu ermöglichen. Er ist, äh, es gibt, es gibt keinen, kein Grund mehr ein Superheld zu sein. Deswegen ist er, äh, Limousinenfahrer, verdient damit sein Geld und spart das Geld, um ein, ein Schiff zu kaufen, mit dem er und, äh, Charles fliehen können. Denn Charles wird natürlich von der Regierung gesucht, weil er so mächtig ist. Und, äh, ja, damit führt uns Logan in eine sehr dystopische, düstere und, ähm, aber auch sehr herzliche Welt, die man so nicht kannte bisher aus dem X-Men-Universum. Ja, genau. So als Einführung. Genau, genau, das fasst das eigentlich soweit ganz gut zusammen, ähm, wo wir uns drauf einlassen, ähm, es ist halt im Gegensatz zu dem ganzen, ich sag mal, Einheitsbrei von gerade Marvel-Film, ist es halt ein angenehmer Ansatz. Ähm, sicherlich auch durch die Brutalität, äh, die Brutalität kommt sicherlich auch durch den Erfolg von, ähm, Deadpool. Aber trotzdem halt ist es nicht wie Deadpool so humoristische Brutalität, sondern ernste, notwendige Brutalität. Notwendige. Es ist ein Drama. Es ist wirklich ein Drama, wie er sich da durchkämpft und er will auch nicht mehr kämpfen, er kann auch nicht mehr kämpfen, das ist wirklich, es gibt ja auch so ein kleines Mädchen, das sehr wichtig ist für den Film, das hab ich vergessen zu erzählen. Genau. Ähm, also die Brutalität ist nicht bei Deadpool als stilistisches Mittel, sondern da als Notwendigkeit, um, um die Zerrissenheit des Charakters und, und diese, diese Aussichtslosigkeit zu zeigen. Ja, und es, es tut einem ja auch schon fast richtig weh, auch, äh, Professor, äh, äh, Xavier zu sehen, ne? Ähm, gerade am Anfang so die ersten Szenen mit ihm, boah, das war richtig unangenehm zu sehen, ne? Das tat mir ein bisschen im Herzen leid. Aber, ja. Echt auch da wieder notwendig, um die Geschichte gut zu erzählen und auch die Bedrohung, die aus so einem, äh, aus so einer Situation entsteht, das, sie sagen es einmal, glaube ich auch, dass der, der Mensch mit dem stärksten Gehirn quasi dabei ist, seinen Verstand zu verlieren. Das ist natürlich ne, ja, also es ist ne Situation, wo man tatsächlich denkt, okay, fuck, für die Menschen ist das ne wirklich bedrohliche Situation, weil die natürlich, äh, genau vor sowas haben sie immer Angst gehabt, all die Jahre, dass sowas mal passiert und, äh, man kann sie fast verstehen, dass sie das nur noch beenden wollen. Ja, vor allem, es ist ja auch passiert, es wird ja auch angedeutet, dass es schon einen Vorfall gab, wo mehrere hundert, äh, Menschen bei gestorben sind, aus Versehen. Richtig, ne, es wurde ja sowas in die, also genau weiß man es nicht, aber es wurde ja angedeutet, dass er deswegen ne Gefahr ist, weil da schon was passiert ist und ich glaube, er fühlt sich doch auch immer irgendwie so schuldig für das, ne, also das hat man so auch rausgehört, rausgemerkt, rausbekommen, ja. Ähm, ansonsten vielleicht auch nochmal was zu, ähm, Hugh Jackman selbst zu sagen, ähm, der ja diese Rolle wirklich jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, 15? Also wirklich durch alle X-Men-Filme mitspielt, die auch einfach mittlerweile, Hugh Jackman ist einfach Wolverine, ich könnte, oder kann mir aktuell, es fällt einem schwer, sich einen anderen Schauspieler jetzt als Wolverine vorstellen zu können, also deswegen, und das ist ein richtig schönes Denkmal, ein würdiges Ende, gerade nach den doch deutlich schwächeren Einzelfilmen von Wolverine, meiner Meinung nach, ähm, hat Logan doch jetzt ihm doch nochmal, im wahrsten Sinne des Wortes, ein kleines Denkmal gesetzt und ein echt, echt tolles Ende. Ende, äh, bereitet, auch, auch das wirklich mit Wolverine am Ende, dann auch der Film quasi so endet, das haben sie ganz, 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 ganz groß gemacht, finde ich, also richtig gut. Warum nicht gleich so, also es war halt wirklich ein würdiges Ende einfach für einen Charakter, der... Ja, warum nicht gleich so, ne, warum, warum die ersten beiden Spin-Offs so schlecht machen, ne, mit so einem tollen Charakter, ja. Ja, Kai, Entschuldigung, du hast gerade gesagt, ein würdiges Ende? Ja, nein, nein, ist schon okay, ich verstehe das, das zerbrechen mich. Nein, nein, wir sind ein würdiges Ende dazu. Oh, okay, nicht mein Problem. Ein Paradoxum, ja, das ist... Das ist ein würdiges Ende für einen Charakter, der halt durch Hugh Jackman mehr geprägt wurde als durch die Comics. Oh ja. Glaub ich auch, ja. Allein, dass man nicht mehr an gelbe, gelb-schwarze, Bruce Lee-artige Kampfklamotten denkt, äh, finde ich, sagt schon viel aus. Vor allem die Klamotten wurden ja immer nur so mal in den Filmen so als Spaß so nebenbei gezeigt, erwähnt oder jetzt auch wieder in dem Logan-Film, in den Comics, ne. Äh, sehr, sehr cool, ja. Und, ähm, deswegen hat mir der Film sehr, sehr gut gefallen. Also, auch da, ich weiß nicht, ob du's mitbekommen hast, ich hab's von Daniel auch mitbekommen, Daniel und ich glaub auch Andi von Kino Plus waren da nicht so ganz begeistert. Etienne wiederum, der hat den Film auch zu schätzen gewusst, also, ne, dass das halt mal nicht dieser Marvel-Einheitspreis, sondern dass man mal was anderes gezeigt bekommt, ne. Ist ja auch das, was man bei Deadpool schon geschätzt hat, dass es nicht ums Ende der Welt geht, nicht um die Mega-Apokalypse, nicht um den superböse Wicht, der alles kaputt machen will, so wie im letzten X-Men oder so. Also, äh, ich kann es nicht mehr sehen und hören, es ist wirklich, es steht mir bis oben. Ja, wenn sie's mal durchziehen würden, okay, aber sie machen's ja eh nie und dadurch weißt du immer, wie's endet und ich find's viel schöner, auch persönlicher, nachvollziehbarer, verständlicher, wenn es mal um die kleinen Dinge geht. Also, wenn's eben um zwischenmenschliche Beziehungen geht, gerade in Bezug auf jemanden wie Wolverine, der da nicht grad der belesenste ist und, ähm, das ist schon alles toll gemacht, also, gerade auch Xavier als alter Mann, das sind so, ja, so Gedanken, die man bisher immer verdrängt hat aus dieser X-Men-Welt, aus dieser, wo alle perfekt sind und super und, ähm, das ist irgendwie, find ich, äh, ein Film, der mal sein musste. Ja, und sie funktionieren ja, das haben mittlerweile die Studios auch halbwegs erkannt, dass auch ein R-Rated-Film funktionieren kann. Hey, der Film hat natürlich dadurch, dass man da nicht Effektgewitter ohne Ende à la dem letzten X-Men machen muss, hat der gerade mal 97 Millionen gekostet und was hat er bis dato eingenommen? Ja, aber brauchst du, im Ernst hat jemand, irgendjemand nach diesem letzten X-Men gesagt, oh, beim nächsten Mal muss aber noch mehr kaputt gehen, weil, das ist doch nicht mehr ernst zu nehmen, da ist dann irgendein Wirbel aus Dreck, den ich mir mit meinem, weiß ich nicht, Maya 3D auch selbst zusammenrendern könnte, wenn ich unbedingt will. Und was, was ist daran spannend? Das ist doch einfach nicht spannend. Richtig. Vor allem, weil keine Geschichte erzählt wird. Ja, richtig. Und es ist immer dasselbe, ob jetzt Magneto in dieser komischen Wirbelkiste steckt oder, äh, vom, vom ganz alten X-Men, äh, wo sie irgendwie noch, noch alle zu Mutanten umpolen wollten oder so, ich weiß gar nicht mehr. Oder ob er jetzt in diesem Magnetschutzschild steckt, wo auch keiner reinkommt. Es ist dieselbe Situation, es ist genau dasselbe. Und sie haben es einfach nur anders gefilmt, sozusagen. Und das macht mich echt traurig, weil der Film hat, gerade der letzte X-Men hat auch, finde ich, so viele geile Stellen, ähm, dass der, dass so, so generell so ein Endkampf und auch diese Story eigentlich nicht verdient hat. Richtig, ja. Und da hat halt Days of the Future Past, der davor ja noch nie, so viel besser gemacht. Exakt. Mit der Story, mit den Charakteren, mit dem ganzen Aufbau des Films. Und, ja, guck mal, der hat, der 200 Millionen, das Doppelte wie Logan gekostet, hat aber auch nur 747, also gerade mal 200 Millionen mehr. Das ist ja ein Witz. Da stehe ich ja nicht mal vom Klo auf für das Geld. Ganz ehrlich, die Studios rechnen doch mittlerweile, gerade bei den großen Marken, äh, 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 hier, Comic-Verfilmung, gehen die doch alle von der, von der Milliarde-Marke aus mittlerweile. Ja, ist doch schwarz. Alles da drunter ist doch ein Flop. Guck dir mal den Spider-Man. Ich kann nur sagen, Star Wars Episode 7 wurde als Flop gehandelt. Nein. Episode 7 im Vorfeld als Flop, weil sie davon ausgegangen sind, dass sie am ersten Startwochenende nicht über eine bestimmte Millionenanzahl kommen. Ah. Das ist die Denkweise, die sie drüben haben. Ja, aber das ist ja nicht unsere Denkweise, zum Glück. Gott sei Dank. Nee, nee. Nee. Und deswegen war ich immer halt so überrascht, gerade das mit Spider-Man, das Sony damit, weil wenn man rein von den Zahlen guckt, der Rise of Electro war kein guter Film, ja. Aber der hat trotzdem, genauso viel wie Days of the Future Past, 700 Millionen eingenommen. Und trotzdem waren die so unzufrieden, dass sie alles weggeworfen haben, ne? Das meine ich halt. Also die gehen eigentlich davon aus, auch um Spider-Man oder so die großen Marken, die müssen die Milliarde machen, sonst sind sie nicht erfolgreich. Scheinbar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist traurig. Das ist echt traurig. Nein, wirklich. Wenn man überlegt, dass das noch gar nicht so lange her ist, dass solche Filme überhaupt erst entstanden sind, die so abgehen. Also das ist ja, früher war das ein ganz seltener, ganz seltener Moment und heute wird das einfach erwartet. Das ist doch verrückt. Das ist ja wie am Aktienmarkt oder wie eigentlich in allem, dass die Leute immer, es muss noch höher gehen, noch höher, noch höher, neues, neues hoch. Ja, geil. Ja, geil. Wann kommt denn das nächste neue hoch? Was für ein Quatsch? Naja. Genau. Und darum können wir glücklich und schätzen, dass es halt noch solche Filme wie Logan gibt oder so kleinere Filme, die wir heute auch schon jetzt mehrfach im Cast erwähnt und besprochen haben. Ob sie Zeitreisefilme sind, die kleines Budget haben und trotzdem ein Mindfuck oder was auch immer haben. Die machen halt einfach Spaß auch mit kleinem Budget oder gerade mit einem kleinen Budget, was du meintest. Ich kann mich da, das ist auch ein Film, ich glaube bei Amazon, Netflix, mit so einem, da sind die in so einem, vielleicht wisst ihr das, ich erkläre es mal eben, worum es geht. Die sind da in einem Haus und dann passiert was und dann gehen die raus und dann laufen sie zum anderen Haus, das genauso aussieht wie deren Haus, dann laufen sie wieder zurück. Und das sind auch Anomalie mit verschiedenen Parallelwelten. Dacht ihr euch das was? Nein, aber ich wüsste es gerne. Doch, 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 ich weiß nur, dass sie von dem einen Haus ins andere Haus reinschauen und irgendwie sehen, was da passiert vorher. Ist es nicht diese Geschichte, wo der eine sowas wie eine Kamera gebaut hat, die die Zukunft fotografiert und die aber im anderen Haus ist und irgendwann merken sie das und dann fotografieren sie ihren eigenen Raum die ganze Zeit. Also ich weiß genau, welch du meinst, das ist auch ein Netflix-Zeitreisefilm, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der war aber leider auch nicht so gut, aber der hatte auch eine nette Idee. Aber die Idee war, das waren ganz verschiedene und nachher war dann so eine blonde Frau, die lief dann von Haus zu Haus und suchte dann halt das Haus, was so ungefähr zu ihrem Universum passt. Also total verrückt und konfus. Ich suche den Namen mal raus, ich schicke das, ich packe das in die Shownotes. Also den kann ich trotzdem empfehlen, alleine, weil die Story so wie er ist. Und ich weiß, bei dem Film war das Besondere, die ganzen Schauspieler wussten gar nicht, worum es geht. Da hat der Regisseur die so zum Wochenende zu Dreharbeiten eingeladen und haben sie einfach drauf losgedreht. Und dadurch kamen wohl noch mehr so diese konfusen Blicke der Figuren zustande und so. Also da ist auch wieder im Background sehr viel Lustiges passiert. Also ich komme nur auf diesen Namen gerade nicht, also da muss ich passen. Aber den suche ich mal raus. Ja, mach das mal. Ich hätte sogar einen relativ komplexen Namen. Ich würde es gerne nachlesen. Ich könnte mir vorstellen, das ist derselbe, an den ich auch denke. Ah, ja. Kamera weiß ich jetzt nicht genau. Es ist so ein bisschen wie Fenster zum Hof, nur mit einer Zeitreise-Kamera. So habe ich das in Erinnerung. Nee, da war aber, also das, was ich meine, war keine Zeitreise drin. Nee, okay, dann, also bei mir war es irgendeine Kamera, die Fotos gemacht hat der Zukunft, aber nur so Polaroid-Fotos und auch nur immer, die hat die automatisch ausgeworfen und hatte auch nur ein anvisiertes Ziel. Und das war quasi das Zimmer der Leute, die dann darauf aufmerksam wurden. Also die haben dann quasi in diesem Zimmer immer gesehen, was sie am nächsten Tag machen werden. Und das führt dann, du kennst es ja wie immer, natürlich zu Paradoxon und zu irgendwelchen schlimmen Dingen, ja. Also ich will es jetzt auch nicht spoilern, aber es ist schon sehr spannend. Aber da müsstest du mir auch mal den Namen rausholen. Niemals werde ich den, kannst du vergessen. Niemals, okay. The Tale of Two Houses. Okay, alles klar, ist notiert. Wir waren noch gerade kurz bei den 2017er Highlights. Klar, dann kommt der neue Spider-Man, der schon wieder leider so 0815 aussieht, wo ich so ein bisschen Hoffnung hatte, dass er vielleicht besser wird, aber ... Ja, nach Civil War fand ich den neuen Spider-Man eigentlich sympathisch. Also als Darsteller finde ich den ganz gut. Aber in dem Trailer wirkt das schon wieder so wirklich 0815 kostet. Und der Trailer wirkt auch so, als würde man schon alles vom Film wissen, wenn man den Trailer gesehen hat. Also wenn du den noch nicht gesehen hast, gucken nicht. Sie müssen eigentlich mal knallhart, auch bei Spider-Man, jetzt zum dritten Mal, vierten Mal eine Origin-Story nach, ich glaube, Andrew Garfield und Co. Ich kann's nicht mehr hören. Vielleicht sollten sie wirklich mal irgendwas Hartes machen, so wie in den Comics, wo er aus Versehen Mary Jane umbringt oder so. Also eine von diesen Geschichten. Naja, also das passiert ja. Also er bricht ihr ja das Genick, indem er sie rettet und sowas kann man doch ... Das ist ja im letzten Film passiert. Ist das wirklich? Gwen Stacy ist ja ... Ja, ja, Emma Stone ist ja ihm auf dem Boden geklatscht, weil er sie retten wollte. Hat ja das Rückert gebrochen. Okay, den hab ich noch nicht mal mehr geguckt. Wirklich, tut mir leid, aber den Laps habe ich nicht gesehen. Es ist auch kein Verlust, also ... Okay, na gut. Okay, dann haben sie das auch schon gemacht. Ja, es ist einfach ... Stimmt, also hast du ... Das fand ich halt gerade sogar ... Plus den Green Goblin fand ich gar nicht mal so verkehrt im letzten Film. Ja, ja. Aber wie gesagt, da hat ja Sony versucht, auch ein großes Franchise aufzumachen mit diesen Sinister Six. Also die wollten ja dann so quasi auch so ein Bösewicht-Quartett machen, die dann halt einen großen Film bekommen, was ja halt ... Naja, dann auch nicht so funktioniert hat. Oder gar nicht mehr jetzt realisiert wird, sagen wir es mal so. Die sollen mal von Film zu Film denken und nicht immer versuchen, ihre Trilogischen Universen irgendwie zu schaffen. Das ist doch Quatsch. Naja. Ja. Das stimmt. Gut, dann gibt's natürlich am Ende des Jahres natürlich den nächsten Star Wars. Ich denke, das wird sowieso eins der Highlights, so oder so, nächsten Jahres. Da müssen wir uns keine Sorgen mehr. Ich freu mich noch auf Blade Runner, auf den neuen. Oh ja. Da hat mir selbst der Trailer sehr gut gefallen, weil er die Stimmung richtig gut einfängt. Und mit Ryan Gosling und Harrison Ford. Plus, ich weiß gar nicht mehr, wer es jetzt genau war, aber auch der Regisseur macht mir ... Ach ja, genau, das war doch der Mann hier, der Arrival gemacht hat, ne? Arrival und ... Definitiv, ja. Oder? Prisoners. Ja, ja, genau. Prisoners war auch super. Also, ähm ... Ach, ich glaube, ich habe den Namen gefunden. Coherence aus 2013. Coherence. Okay. Ja, genau. Coherence mit C geschrieben. C-O-H-E-R-E-N-C-E. Den gerne mal angucken. Hat sogar bei IMDb, wenn das irgendjemandem, äh, hilft, den ... Hat sogar eine 7,2. Das ist für so einen mega Low-Budget-Film, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und Nicholas Branton spielt mit, okay. Kennst du den? Das ist aus Buffy auch wieder einer. Okay. Ja, für mich waren das alles extrem unbekannte Schauspieler. Aber da ... Maui Sterling, der sah immer aus wie hier von Friends, der ... Ich komme gerade auf seinen Namen nicht. Nicht Joey, äh ... So ein bisschen wie Chandler sah der aus, ja, ja. Also Coherence, den könnt ihr euch mal angucken. Den fand ich ziemlich cool. Ist notiert. Gerade wenn man, ne, wenn man auf Mindfuck oder solche Sci-Fi-Filme steht. Super cool. Ich glaube, was auch noch spannend werden könnte 2017, ist Get Out. Ja. Hat das eh schon fast von gehört. Horrorfilm, ne? Genau, Horror. Horror, also es ist klassifiziert als Mystery-Horror-Thriller mit Comedy. Genau. Von Jordan Peele. Den Trailer hab ich gesehen, ja. Ja. Gut, man könnte noch weiter in die ... Oder noch eher in die Gegenwart gehen. Es kommt ja jetzt in Kürze auch Guardians. Ähm, ja. Aber da bin ich halt auch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Ja. Na, ich hoffe einfach, das wird geil. Ich mochte den ersten so gerne, dass ich auch mit einem mittelmäßigen zweiten Teil zufrieden wäre. Solange der Soundtrack stimmt. Ja, der Soundtrack macht viel aus in dem Film, plus der Hauptdarsteller. Der hat sogar Passengers für mich gerettet, also von daher. Ja, definitiv. Ähm, und den Jurassic World hat er auch geprägt, meiner Meinung nach. Auch wahr. Dann kommt natürlich ein Fluch der Karibik 5 und die Mumie, ne? Mal kurz noch im Raum auf ein Wonder Woman, Transformers. Ich hab Bock auf Fluch der Karibik. Es tut mir leid. Ja? Ich weiß nicht warum. Ich kann es mir nicht ... Ja, anscheinend. Ja. Wenn 3 und 4 schon Hölle war. Ich kann mir das auch vorstellen, ja. Ja, ich denk mal auch. Sie können diesmal viel richtig machen im Verhältnis zu denen davor, ja. Alien Convenant bin ich halt auch gespannt. Ich mochte ... Ich bin einer der wenigen, die Prometheus mochten. Ja, ich hab sogar die Blu-ray in 3D hier zu Hause. Ähm, ich mochte einfach die Optik und die Atmosphäre in dem Film. Deswegen bin ich und hoffe ich, dass sie bei Alien Convenant trotzdem irgendwie die Story weiterspinnen von Prometheus, weil ich mich da eigentlich echt drauf gefreut hätte, zu sehen, wie es da weitergeht. Ja, Fassbender taucht auf, also irgendwas muss da ja sein. Ja, der taucht auch doppelt auf. Die finden wohl auf einem Planeten den Fassbender aus Prometheus. Aber ich hoffe, das war nicht nur das einzige Bindeglied. Ich hoffe, dass es, keine Ahnung, irgendwie trotzdem da storytechnisch in die Richtung weitergeht. Der Trailer sagt ja eher nö. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Ach, guck mal. Kai, dein Lieblingsfilm geht in die dritte Runde am 21. Pitch Perfect 3. Pitch Perfect 3. Hammer. Da freu ich mich. Guilty Pleasure. Ja, obwohl ich fand den vom Humor her gar nicht so schlecht. Und die Musik war auch gut. Ja. Schöner Film für zwischendurch. Und Anna Kendrick. Und Anna Kendrick. Vielmehr. Jetzt haben wir Siebel verloren. Nee, nee, ich bin noch da. Ich hab nur, mental lese ich gerade mir die Theorie an, dass Snoke aus Last Jedi gar kein, gar kein Cis ist. Gibt's so ne? Also Supreme Leader Snoke. Von dem ja auch gesagt wurde, er ist Jar Jar Binks. Was ja hoffentlich nur ne Spaßtheorie ist. Ja, dass es eben kein, gar kein, gar kein Cis Lord ist. Was, was, äh, das Ganze für mich wieder sehr interessant ist. Ähm, macht jetzt auch für, für Last Jedi. Das kann ja gut sein, wäre auch nicht, wäre auch nicht schlimm. Also warum sollte er auch unbedingt ein Cis sein? Ja, weil, weil das halt immer so war. Weil das einfach mit allen Regeln bricht. Aber ich fände es okay, also so ist es nicht. Aber nur, ich lese mir halt gerade diese Theorie bei IMDB durch. Ich kannte die noch nicht. Ja, das Interessante ist halt natürlich, wenn man alle möglichen Theorien liest, dann kann man eigentlich kaum noch überrascht werden, weil irgendwas sicherlich in Schwarze getroffen hat, ne? Das ist halt, das war auch bei Westworld so ein bisschen so, wenn, wenn die Spekulationen vorher gelesen hast. Ja. Ja, der ist ein Host, der ist ein Host. Ja, okay, irgendeiner hat dann mal getroffen. Das stimmt. Ja, äh, ach, ich mach das halt gerne. Ich mach, ich find, das ist Teil der, des Spaßes und der Unterhaltung auch, dass man Theorien hat und die abgleicht. Richtig. Und andere haben dann plötzlich eine viel bessere Theorie. Und man denkt, ja, fuck, du hast recht, das, deine ist besser. Die verkaufe ich jetzt als Meinung. Ja, natürlich. Äh, I made this. Und schon gehört's einem selbst. Ja, das mit Supreme Leader Snoke hab ich mir notiert, das wird mal morgen direkt verbreitet. Natürlich. Ihr habt aber natürlich eine Sache vergessen, um den, äh, um den ganzen, so, äh, den, 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 äh, wie heißt es, die Klammer, um die Klammer zu setzen. Äh, ihr habt einen Film vergessen, der kommen wird, nämlich... Ich will hier raus. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Ich kannte mal einen Altruisten. Finnische Altruisten altern meistens an der Alster. Alster wären Peter, Klaus und Hildegard. Hildegard hieß Kniff. Klaus hieß Boller. Und Peter hieß Terry. Ich hatte mal ein Terrier. Kennen Sie Moses P.? War das der Mehrteiler? Ich glaube, er trug ein Zweiteiler. Die unendliche Geschichte war ein Dreiteiler. Ich stehe auf dem Fährteiler der Firma Siemens. Das heißt den Fährteiler. Bitte? Ich bin Thaileverwerter aus Thailand. Thailändische Thaileverwerter verwerten ihre Teile teilweise. Sie reden vom kleinsten gemeinsamen Thailänder? Sie waren in Thailand? Nein, ich leide unter Thai-Bahn. Hab ich auch Bock drauf. Nein, kann man auch drüber reden. Ich erwarte nicht viel davon, aber ich bin großer Bulli-Paraden-Fan. Und ich gebe ihm noch, habe ich auch so getwittert, noch eine Chance. Eine. Eine letzte. Wird aber auch, glaube ich, einer der Letzten in diesem Bereich sein von ihm, glaube ich. Dass das so für ihn auch nochmal der Abschluss ist mit der ganzen Geschichte. Und ich hoffe halt auf die, auf viele Sachen, die früher halt bei der Bulli-Parade cool war. Die Kastanietten-Jungs oder da gab es ja auch noch viele andere Charaktere, die nicht danach einen Film bekommen haben. Neben Saumsche Surprise und Abahachi und Co. Ja, ich finde sogar, dass die meisten, ja, dass die meisten Filme, Filmcharaktere nicht wirklich die waren, die ich gerne gesehen hätte. Also ich hätte nicht zwingend Winnetou und Old Shatterhand oder auch die Raumschiff Surprise hätte ich jetzt auch nicht haben müssen, ja. Und danach wollen wir mit Huibu und all dem anderen Schmoren, Wicky wollen wir gar nicht erst anfangen, finde ich. Nee, das hat auch nichts mehr mit dem. Ja, aber Bulli hat sich da verrannt in so einer komischen Gedankenblase, dass irgendwie die Leute das geil finden wegen der Nostalgie. Aber das ist Quatsch. Klar finden die Leute Western geil, aber die finden nicht, der Schuh des Manitou geil, weil es da um Winnetou geht. Das ist einfach ein Denkfehler von ihm. Und darauf basierend hat er alle anderen Flops geschafft. Also er hätte einfach den Humor von Bulli-Parade versucht zu übersetzen. Jetzt ist es vielleicht zu spät, ja. Ja, gehe ich von aus. Sehr stark, ja. Bulli und die Tapete, der Film, wäre doch viel lustiger gewesen. Ja, also mir wäre das Gehirn geplatzt, aber ich hätte es mir auch gegeben. Also, kann man mal machen. Ich würde aber eigentlich einen anderen Film empfehlen. Und zwar ist das eigentlich der Duklet Tour. Der kommt nämlich im August in die deutschen Kinos, wenn der nicht vorher noch hundertmal verschoben wird. Und dann haben wir endlich Idris Elba völlig falsch besetzt als Roland. Das sagen irgendwie alle, ne? Aber dann muss es klappen, dann muss es klappen. So wie bei dem Joker. Das ist meine Hoffnung. Aber dafür einen sehr gut besetzten Matthew McConaughey. Das kann ich mir da wiederum sehr gut vorstellen. Ja, aber warum ist nicht Matthew McConaughey der verdammte Revolver-Mann? Das ergibt irgendwie... Willst du den schwarzen Mann zum Mann in schwarz machen? Äh, im Ernst? Ich weiß nicht. Warum nicht? Was soll's? Also, es ist doch... Ich glaub, wir sind alle über Hautfarben erhaben. Letzten Endes ist es uns scheißegal. Aber es würde einfach viel mehr Sinn ergeben, wenn... Also, auch... Überleg mal nur an Odetta und was da noch später alles passiert. Wirklich Charaktere, die extreme hautfarbenbezogene Probleme haben. Ich versteh, dass man das nach dem Buch ansiedelt. Was jetzt ein kleiner Spoiler wäre, wenn ich erzählen würde, was am Ende des Buches passiert. Aber ich versteh, dass man's da ansiedelt. Und dann ist es auch okay. Aber irgendwie... Naja, es ist halt für mich eine typische... Ich mein, Idris Elba ist ein super Typ. Deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm. Wenn ich den jetzt aber nicht kennen würde, würde ich sagen, oh, da haben sie jetzt irgendeine Besetzung gefunden, nur um was anders zu machen. Hätten sie auch genauso gut eine Frau oder irgendwas oder ein Tier nehmen können als Hauptcharakter, würde mich nicht ändern. Also, meine Meinung. Aber letzten Endes ist Idris Elba ein geiler Typ, deswegen kann der alles machen. Und der wird den gut darstellen. Da mach ich mir wenig Sorgen. Ja, hoffentlich werden wir nicht enttäuscht. Gerade die Fans, die das kennen. Ja, wir werden sowieso enttäuscht. Ich denke aber, es zählt nicht auf uns. Hier geht's wirklich darum, ein riesiges Imperium zu gründen, was so ein bisschen an Herr der Ringe oder Star Wars knabbern kann. Und ich glaube, dass wir Fans uns da gehackt legen müssen. Wahrscheinlich. Aber ich kann damit umgehen. Ich nicht so. Also, ich muss nicht die Geschichte aus den Büchern sehen. Es reicht mir, wenn ich einen vernünftigen, irgendwann einen Eddie Dean sehe, der vernünftig umgesetzt ist, also die Charaktere, die ich liebe. Ja. Dann ist mir die Geschichte relativ lange. Der ist ja nicht mal gecastet worden bisher. Der kommt ja auch nicht vor im ersten Buch. Oder Film. Also, ja, aber eigentlich, ich, ja, egal. Also, wenn da ein Jake Chambers vorkommt, dann muss ein Eddie Dean aber lange davor kommen. Aber gut, das ist jetzt, da bin ich wahrscheinlich wie der Film, äh, Buchnerd. Aber gut. Aber im Buch kam Jake auch vor, Eddie? Ja, der erste Jake. Okay, okay, wir, nein, nein, du hast recht, du hast absolut recht. Im ersten Buch kommt Jake vor. Und vielleicht ist das der Jake, den wir hier sehen. Du hast recht. Ich denke. Habe ich nicht dran gesagt. Und sie wissen ja auch noch nicht mal, wie es weitergeht, ob es jetzt eine Serie danach wird oder noch mehr Filme. Wollen sie nicht beides machen? Ich habe gehört, sie machen irgendwie die Filme und parallel noch die Serie, was wunderbar passen würde, um die Welten zu verbinden. Aber, wer weiß schon. Bin mir noch nicht sicher. Aber Simon, hast du nicht gerade noch selber gesagt, lass doch erst mal einen Film machen und gucken, ob der Erfolg nicht wird? Aber wir reden ja von der Doppel-Turm. Das sind acht Bücher, verteilt auf über 25 andere Bücher. Das geht nicht mit einem Film. Also, da habe ich von Anfang an gesagt, lass eine Serie daraus machen. Ja. Okay, klar, aber jetzt lass mal den Film rauskommen und stell dir mal vor, der wäre nicht, oder ist nicht erfolgreich. Ja. Dann wäre es ja Quatsch, sofort eine Serie zu machen, oder? Nein, das stimmt. Aber ich hatte das ja mit Der Goldene Kompass, wo ich die Bücher gerne gelesen habe und dann die Filme oder der Film war so miserabel, dass auch mein Bedürfnis einfach weg war. Und du willst ja auch nicht, dass eine Scheiß-Serie weitergeht. Also, wenn der erste Film Trash ist, dann hoffe ich lieber auf ein Reboot als auf noch sieben andere Filme, die mir nicht gefallen. Nein, aber ich meine, Idris Elba ist einfach schon mal so gut besetzt und Messi McGonaghy, der kann, eigentlich kann nicht viel schief gehen. Deswegen mache ich mir da wenig Sorgen. Stimmt, das erinnert mich gerade an Under the Dome, da war ich auch zufrieden, wie es vorbei war. Und das war auch King, ne? Ja, das war auch King. Ja, guck, so schießt sich der Kreis. Also, wir merken schon, heute ging es in der Folge wirklich rund um King. Tut mir leid, Club 19. Nee, ist alles okay. Ich fand's gut. Du, wer mehr hören möchte, Club 19, ne? Ja. Ja, Kai, du kommst wirklich vorbei, das machen wir. Schönes Crossover. Sehr, sehr gerne. Ich bin sehr angetan. Du kommst zu uns, dann pimmeln kann ich. Und vielleicht bleibst du ja da. Kai vertritt uns. Cool, so machen wir das. Nee, erst mal vielen Dank. Vielleicht, Simon, kannst du noch mal zum Abschluss kurz unseren Hörern mitteilen, wo man dich finden kann, was du so machst, damit die Kollegen dich auch finden. Ja, ich versuch's kurz zu halten. Also, ich tanze gerne durch Podcasts, tatsächlich im Moment. Ich habe jetzt meinen eigenen Podcast endlich gegründet mit Dominik Hammers. Der macht die Medien-Coup, der macht aber auch noch andere Sachen. Binge Boys zum Beispiel. Radio Nukular. Radio Nukular. Das ist sein Hauptberuf. Und ich mache nebenbei Rocket Beans. Wir sind so ein kleiner Sender. Uns kann man auf YouTube gucken. Demnächst vielleicht auch wieder auf Twitch gucken. So oder so sind wir präsent. Und da war ein kleiner Tipp, den ich bei euch nochmal... Mal schauen, wann's im Reddit auftaucht. Ich werd's nicht schreien. Ich heiße ja nicht umsonst Spoilermund. Und man weiß, dass Sachen, die ich sage, zu 75 Prozent eintreten. Also ist eine gute Chance, dass das auch passiert. Jedenfalls, ja, wir machen halt einen Sender. Wir haben halt verschiedene Programme. Wir haben auch einen Buchclub. Wir haben auch einen Film, also Kino Plus und ein Serienformat, Butter Binge. Also wenn ihr irgendwie an dem Thema interessiert seid und für die Wartepausen zwischen diesem Podcast noch was braucht, dann sucht nach Kino Plus, Butter Binge und Almost Daily. Und dann seid ihr erstmal, was Rocket Beans angeht, versorgt. Super, apropos Almost Daily, Nils hat uns noch zu drei Almost Dailies in der Sendung eingeladen, weil wir uns da an irgendwelchen Themen verquatscht haben und er dann immer sofort ein Almost Daily dazu angekündigt hat. Klingt gut. Da bin ich mal gespannt auf die Einladung. Die wird nie kommen, aber ich werde, nein, also die wird nie kommen, weil wir einfach verplante Vollidioten sind. Aber natürlich machen wir das gerne und es würde sich auch sehr anbieten. Wir haben jetzt diesen Monat den Almost Daily Monat und da wird sehr viel Almost Daily laufen. Vielleicht in diesem, vielleicht dann im nächsten, aber machen wir immer. Ja, du, Daniel, Daniel hat uns eh eingeladen. Wir wollten auf jeden Fall nochmal zu Kino Plus vorbeikommen. Ja, spätestens da dann. Vielleicht kann man da was verbinden, dann schauen wir mal. Das ist tatsächlich gut, weil der Dominik wollte auch vorbeikommen zu Kino Plus und wir wollten über King-Filme reden mit Schröckert. Also das wäre ein perfektes Crossover für Kai, dass er da auch direkt mitreden kann. Wobei, ich nehme an, ihr könnt bei allen Filmen mitreden, da mache ich mir auch wenig Sorgen. Das sowieso, aber gerade wenn King, dann packe ich mir Kai mit in die Tasche und dann reisen wir nach Hamburg. Finde ich super, da habe ich eine Mitfahrgelegenheit, sehr gut. Genau, ich nehme dich mit. Okay, Hammer. Super, ja, vielen Dank auch dir, Kai, für deine Zeit. Ich weiß, wenn ich auf die Uhr gucke, du musst auch morgen früh raus. Tut mir leid, dass wir deine Zeit auch so lange in Anspruch genommen haben, aber ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Ich bin, ich bin rundum, ich bin sehr glücklich. Also allein mal über King reden zu dürfen, hat mich schon sehr befriedigt. Das freut mich, geht mir genauso. Sehr schön. Super, gut, dann danke ich euch und ja, ihr könnt uns wie immer gerne mal ein paar Kommentare noch bei iTunes hinterlassen. Wir sind auch, wie ihr wisst, bei Patreon vertreten, auch da könnt ihr uns gerne unterstützen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, sagt es gerne weiter, wenn nicht, dann sagt nichts. Ja, in dem Sinne, wir hören uns vermutlich Ende April, Anfang Mai wieder, dann auch wieder mit Henrik und ja, ich sag nur Tschüss und den Frieden der Nacht. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020